moin ihr totes ich mache hier einfach mal ganz spontan jetzt hier den stream an mal gucken wann youtube hier die benachrichtigung rausschicken tut erst mal auf twitter teilen leute willkommen hier mal gucken ob schon wieder da ist ja paulo schon da moin grüß dich heute mal ganz spontan hier ohne groß zu planen fangen wir einfach mal an hier heute leute in den letzten tagen ihr wisst wahrscheinlich was den letzten tagen der gestern die wird bescheiden er gestern kam er das große video mit über poplinde seitdem habe ich 100.000 millionen neuer abos ja grüßt ja ja lucas juli keksofs hallo halt stopp hier der fängt hier an zu sparen es ist ja hier like ist da genau leute like dir den scheiß dankeschön so leute ich bin mal maker und mario kart 8 deluxe mit euch so warte mal ich hau euch mal falls mir level einsenden wollt in die stream beschreibung nicht beschreiben kann ich mal euren link rein ein zuschauer wieder angezeigt bei youtube lange dafür ich habe tolle leute für dich ja keine glocke aber discord regelt okay dann aktiviert die glocke leute falls ja auch nicht funktioniert dann weiß ich auch nicht denn folgt auf twitter links beschreibung johnny gaming moin erstmal paul gamertode grüßt euch so leute link zum einsenden ist in der video beschreibung kommen sie ran und schicken sie mir ihre level aber sofort so das brauchen wir jetzt nicht level suchen ich mach mir schon mal reddy also richie boy 17 haut gleich mal euro raus ja moin dankeschön was ist mit dem chat los warum wird da nicht angezeigt schätti was ist los alles wird gut wo ist denn der oder was ist mit dem live chat das einfach schwarz oder was ist mit dem live chat habt ihr den kaputt gemacht warte mal ich mach mal hier eben neun war die dat denn jetzt hier so lebt er jetzt wieder ah hallo gut da ist mein youtube boy dankeschön für den 1 euro der bruder dankeschön so leute habe ich schon level bekommen oder so wir gucken mal eine antwort sind schon mehr leute haben wir schon mal level wir fangen an einen sehr sehr schönen level mal gucken so leute müssen erstmal alle reinkommen ich habe diesmal nicht mal den stream geplant groß alles ganz entspannt bis youtube die glocke raussendet dauert es manchmal eine halbe stunde also von daher können wir kennen ja alle youtube die ist ja immer ein bisschen belastet manchmal das erste level ist am start 10 dislikes echt jetzt ich jetzt sag hey hater wenn du gerade zuhörst was hast du für leben weiter leute wir kämpfen jetzt gegen den hater der typ ist so geil ich feier den der hat der hat schon mal meine direct hier die direct in der verkürzen haben wir direkt gestreamt da war auch so ein kandidat ist einfach meine geplanten stream hat er schon gedislykt meinen geplanten streamer hat nicht mal angefangen gehabt das wird 20 dislikes der 20 account oder ich sag mal hallo und ich hallo hallo denis hallo wilhelm geile alter das ist das geile wissen es gibt da mehr aufrufe und eventuell geld sofern werbung gekommen ist erst mal grüßt sich an den hater so guten tag hallo hater ich der mag keine der mag man leistungs nicht so kannst mir gerne schreiben was dein problem ist sagen sie mir was los ist kommen sagen sie es mir 10 16 das ist jetzt ein richtiger fight werden wir den hater besiegen leute holt eure zweite accounts 10 zu 16 das bete leute battle royale wer wird überleben die fans team tot oder team keine ahnung team bowser sind die hater ich bin der hater ja ich bin ich hoffen mirko hallo moin erstmal grüß dich warum ausgerechnet 13 disliken das wären noch mehr das wären noch mehr das alessandro moin 16 zuschauer ja das ist ein disliker alter ein hater das ist so geil lasst den hater schlagen genau leute was ist deine lieblingskontrolle ich würde sagen das ist aktuell die switch ab 7 accounts ja dann gönn dir bruder gönn dir da geht noch was leute der hater darf nicht gewinnen der hater darf nicht gewinnen leute wir fangen an mit dem ersten level hier ich habe 200 millionen accounts glaube ich dir hallo grüner toad bruder alessandro in der video beschreibung ist ein formular da kannst du mir dein level 1 sind denn ihr hater genau das ist bestimmt axel voss oder so anders kann ich mir das nicht erklären das ist bestimmt axel voss so was geht jetzt hier ab ab 16 accounts er bietet mehr denn dann liken like den stream aber wann spielst du mal kein achterlux das kann ich dir noch nicht ganz genau sagen je nachdem wie lange ich hier in mario maker überlebe spiel mir denn halt was anderes die dislikes kommen von den cdu boards ja das glaube ich auch kannst du meinen captain total spielen habe ich das letzte mal schon das war schon belastet genug bruder 11 zu 19 Leute da geht noch was da geht noch was der hater stellt sich keine neue accounts hallo oben und auf den fern grüßt dich und hallo ap rian oder so hi moin hast du es geil da geht noch mehr leute liken und disliken ohne ende heute hier da genau was so hier geht irgendwie gar nichts ab ich darf nur zugucken okay die killer hallo und christian moin erstmal leute ich mag hater hater sind cool stolze türken moin grüß dich mögt ihr auch hater ich finde hater geil muss gehen wenn mark hat kommen komme ich wieder warum kannst du mark kannst du mauer maker nicht leiden leon moin 19 disliks es gibt ein hater der fühlt sich nicht geil ein hater fühlt sich geil müffel oder muffel moin fintendo moin grüßt euch liken sie den stream wir müssen gegen den hater ankommen ist ein hater mit 20 fake accounts wir holen auf wir holen auf bin auch wieder da das ist super live legend moin grüßt dich willkommen im stream willkommen alle die hier so am stand sind ich liebe meine hälter weil ich auch welche habe und so ja du vor allem gerade mädels haben hater gerade so so die heißesten girls in der schule haben die meisten leider du bist eigentlich voll cool hinterm rücken denn so ist es eigentlich voll die bitch so die anders der ario moin skills john oder jon hi grüß dich profi gamer x2 auch moin an dich und rusellus 1508 grüß dich moin lorde liken sie den stream weil wir einen hater haben der hälter darf nicht gewinnen wo das ist der hater der stirbt gerade sophie kinder hi moin hallo du seltsamer toad hallo hallo wenn du wie bist ein seltsamer toad irgendwer hallo moin 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 ähm level codes falls ihr mir ein level einsenden wollt in der video beschreibung ist das formular dazu da könnt ihr mir euer level einsenden und später spielen wir mal auch kein 8 deluxe gegen euch wahrscheinlich im turnier damit jeder mitspielen kann ohne auf meiner freundin zu sein annett bitte nicht sparen mit deinem lol dankeschön sonst wärst du für eine zeit getimeoutet und das muss ja nicht sein ne das muss ja nicht antworte mal du dummer so und was ist denn los da ich dich hasse pius deslike ich auch opoli ich liebe dich 31 lor 31 likes leute wir besiegen den hater yeah wir zerstören ihn vorne und hinten der hater kann hier nichts machen der fight gegen den hater leute der erste ziel von dir den ich ein dis hast du meine nachricht gelesen einfach nichts drücken auch wenn es so aussieht als würde es nicht weitergehen ja ja habe ich schon verstanden aber bruder wie lang ist dieses level bitte ich sitze hier seit gefühlt 10 minuten und sehe dieses level wie alt bist du eigentlich ich bin 17 jahre und habe am 7.7. geburtstag und da werde ich 18 leute dann bin ich alt und kann in rente gehen klickst du aufs vielleicht später sehen habe ich doch schon gesagt bei maokard muss jeder totfahren das wäre cool natürlich christian da hast du recht das wäre eine 1 nice angelegenheit und wir haben den hater besiegt leute 35 zu 24 der hater wird zerstört meine uroma hat auch am 7.7. geburtstag die ist noch 1927 geboren und die lebt noch ja krass dann grüße an seine uroma sag ihr schöne grüße von mir die ist auf jeden fall alt geworden und lebt immer noch das ist doch schön ja das sehe ich auch so totes an die wacht genau leute eine runde mitleid mit pius und gebe dir einen like dankeschön leute liken sie um gegen den hater zu gewinnen gibt es auch mit totemianzug im turnier na klar tot ist immer gut what the fuck wie lange ist dieses level ich verstehe es auch nicht wie lange ist ich sitze hier seit zehn jahren und sehe dieses level soll ich den hater unterstützen nein wir müssen den hater besiegen oh god wie lange geht das bitte hier ich kriege ja einen altraum dann musst du einmal mit einem stick einmal das gelbbild berühren und runterfallen und bist einfach am ende oh ne ich unterstütze dann den hater einmal ne 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 ok leute und falls ihr noch nicht auf meinem discord server seite und mir auf twitter folgt discord server link und twitter link und instagram link alles in der beschreibung folgt mir da gerne um immer die krassesten totbilder zu bekommen instagram link twitter link alles in der beschreibung im stream genauso wie das level formular um mir ein level einzusenden müsst ihr nur auf den link in der beschreibung klicken und das google formular ausfüllen mit euer level id euren youtube namen und dann läuft das doch schon also was geht jetzt ab hier da ist wer an der tür ist das lieferando mit einer pizza alter hab schon gedüstert der hater hat albert gestohlen ja das kann gut sein ja und karin buchberger moin erstmal hallo hast du schon gewonnen achte eh schon hab ein level eingesendet und freu dich drauf oh Paul ich werde dein level zerstören folgt dem guten tot auf instagram und twitter es lohnt sich genau da weiß er für nintendo bescheid Leute Axel Voss hat mich gehatet neuer titel gegen den hater ja das wäre ein guter titel schreibe ich gerne dazu dazu so habe ich dazu geschrieben müsste einmal neu laden seht ihr das ich hab mal selber mein stream neu dann müsstet ihr den titel sehen oder? keine ahnung Junge haben wir es denn gleich mal hallo schön leute wow 14 dislikes das ist ein hater bruder nicht schlimm wie down grüß dich oder zwei hater oder sonst viele hater ist mir auch egal es ist schön alle die da sind und ein like da lassen das sind die ehrentoads alle anderen sind ehrenlos genau wie die cdu mit ihrem uploadfilter hallo bin neu jimmy oder jank ja jank kock hi grüß dich erstmal willkommen hier bei den toads grüß dich und vulpix hallo an dich moin och mensch pius alles super alles super ich nur will einfach alles super mir gehts gut Leute mir gehts gut aber was ist das hier wie lang geht das Junge gleich geht mir die zeit aus was war ähm hallo 10.000 toads ist ein hater genau geh ins hier bruder auf der letzten sekunde hallo bin neu moin willkommen hier im stream loidofs youtube sorry wenn ich es falsch ausbreche du hast nicht den einfachsten Namen auf jeden Fall grüß dich willkommen hier und kürbiskuchen25 guten tag moin mero hallo moin 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 sicher dass du nicht auf drogen bist ne 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 gehts optimal das war noch ein schönes level ging gar nicht lang ging gar nicht eine halbe stunde alter acht minuten 19 was wir haben acht minuten dieses level gespielt ach der scheiße kann man hier irgendwo sehen wann welches level kommt nein sorry kannst du nicht aber du kannst mit level einsenden link dazu in der beschreibung hallo bin nicht nur ein epau du bist nicht neu das weiß ich stirbt cdu achte ich genauso moin 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 äh ich kann lieber reden so haben wir das erste level geschafft was mache ich wenn mein level zwischen mitte und schwer liegt ja dann nehmst du einfach 1 irgendwo eins hab etwas geschickt mit man optimal leute im titel ist gegen euch gewinnen wird also helder stehen ja habe ich doch irgendwo reingeschrieben nicht lad mal neu den stream ich glaube das sollte dann gehen oder ja wir wir gegen den hälter genau leute wenn ihr den stream neu laden tut dann seht ihr das im titel dass er steht wir gegen den hälter sowie vereinzelt haben wir haben 15 einzelne leute so wir machen weiter hier mit der nächsten einsendung wir machen einfach mal ja man einfach ganz normal weiter mit der nächsten einsendung jetzt hier muss nur eben gucken wir machen wir einzel antworten so die zweite ist von ui der toady so mal was er schönes gebaut hat vielleicht kommen wir dem level ein bisschen schneller weiter als in dem level eben das ging ja ganz schön lange bruder das war ja hier abschuss ohne ende habt ihr eigentlich heute ferien oder frei schreibt gerne mal in den live chat weil einige haben die karneval freien tag oder so keine ahnung wie das heißt in hamburg feiern wir keinen karneval deswegen kann ich euch da leider nicht so viel zu sagen tut mir leid gar nicht nicht so viel zu sagen jub ferien sind beste use bester mann ja mann ich weiß gerade nicht wie ich die level ids herausfinden soll auf der bookmark seite steht die nicht doch doch die müsste stehen irgendwo auf dein profil musst du gehen oben rechts ist irgendwie dein mio irgendwo ich habe ferien ich habe ferien ich habe ferien optimal ich habe karneval ferien ferien ju warum soll man heute frei haben lol einige haben ferien rosenmontag genau nee heute wieder schule zwei wochen ferien gehabt ja ich habe ab jetzt heute war mein erster ferientag leute jetzt habe ich zwei wochen fern und kann euch jeden tag mit irgendeiner scheiße hier zu sparen ist das nicht toll hallo noah ich kann euch jeden tag mit irgendeiner scheiße zu sparen also was heißt spam also entweder ein video oder ein stream oder sonst was leute stellt euch auf einen ich habe zeit habe keine videos sorry nicht schlimm nein ich habe leider keine ferien ich habe keine österreich ok hallo du bist ja in berlin heftig ferien leute heftig ferien leute optimal so soll das level gucken ob ich jetzt ein bisschen ok hier muss ich ein bisschen warten hier muss ich warten ich habe auch ab heute ferien optimal pios hören sie mit dem spam auf bitte spam streams ohne gefühlt hat jeder fehlen heute abgesehen von mir tja herz der kranke gut so was gibt es natürlich auch so welche fälle so extrem fälle krankheitsfälle so hallo der oberzicke grüß dich erst mal ich bin der beste spieler deutschland soll das heute so ganz ruhig ich kann springen oder ja ja jetzt oder was das wie soll ich da jetzt hochkommen ich glaube da will mich immer verarschen hallo hammer bros mal und er hat keine ferien ja läuft bei dir was soll ich da machen was soll ich da machen hat ihr eine idee stadt vertreten ne auch nicht ganz ruhig bleiben genau ach so ja da war ja was da war ja was das habe ich am letzten film rausgefunden da war ja was leute ich bin profi ok aufpassen 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 aufbauen ok alles gut alles gut leute optimal schön dach alle hier alter ok ganz knapp mario fan moin hallo tim bist du auch neu wenn ja grüß dich willkommen hier meine dots ok leute wir schaffen das wir schaffen das ein merkel spruch optimal leute müssen gegen den hater kämpfen lasst alle leicht da falls es noch nicht getan habt wir müssen den hater besiegen team toad darf nicht verlieren pio stinkt das sich anders oberzicke lol ne ich bin keine oberzicke ich bin ein ganz ganz lieber tot ok leute alles gut ok erhe genommen ja dass ich auch so er ist weg komplett in luft aufgelöst ok ok das ist ein checkpoint richtig gut optimal pio stinkt nach ungewaschenen toll leute ich habe heute geduscht also sehr leise ich habe geduscht was jetzt ach so ja das gerade noch so leute gerade noch so ok ja und jetzt ok die wie spornen zum glück so das muss ich kumpa killen so und der muss das hier aufmachen groß bleibe ich aber bruder groß bleibe ich ehre genippelt das auch ein guter name sunny hd moin ok jetzt da raus ne ja hallo und jetzt ich gehe mal da hoch einfach mal ganz entspannt münzen ja münzen brauche ich nicht spendet mir lieber soll ich da rein ich gehe da mal rein leute jolo weil so viele dislikation war mein hater gehabt der hat sich wirklich geil gefühlt aber ich sage gar leute ihr seid da ihr like den stream ich kriegt geld wir spielen paar mao maker level alles schön gar keinen stress leute leicht einfach den film und alles ist super ach so da kommen wir ja her abonniert und verpasst keines films mehr genau pios banner ok schon der name pios banner optimal ich habe ein banner bruder gönn dir mein profilbild pio bitte what hallo 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 lukas mehr dislikes als likes nein wir haben 59 likes leute 59 likes pio zu try harder ja ich bin profi was jetzt warte mal was soll ich jetzt machen hat jemand eine idee warte mal sind hier irgendwo blöcke sprechen lernen bubble ja was ist das hier wo ist das hier wo ist das frage ich mich in der rolle war ich schon bruder warte mal wo ist das hier wo ist ooooh ok das war dumm gelöst was diabo nein nicht diabo sarena moin erstmal skill yon spin nee das verstehst du falsch auf die auf den kreissägen kannst du hier nicht spinnen mein lieber das kannst du nur in mario world aber hier kannst du es nicht und ja gut in mario boss 2 kann man es glaube ich auch aber hier in mao maker kannst du auf kreissägen nicht spinnen das weiß ich oder meinst du was anderes ja sorry aber auf kreissägen geht es jedenfalls nicht ok wir müssen los ich bin das banner oben links aha probleme in der salel zone wie lange habt ihr sommerferien in hamburg wir haben neun wochen ich habe sechs wochen wie eigentlich so gut wie jeder in hamburg 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 so ich kam jetzt da her ne wo soll ich denn hin war ich doch nicht in der rohe drin ich komme mir gar nicht mehr drauf klar ach hier war ich echt doch nicht ne ach lol ja was soll das denn jetzt oh gott machen wir uns das klein der kleine pius hä what da komme ich niemals durch muss ich muss ich da wirklich rüber bitte du musst in die rohe du kommst aus der tür ja what was erwartest du da von mir ich bin profi aber sprinten ducken spinnen ey du hast echt einen schaden oder ach gott juuuu haha was für spinn alter du wirst in der rohe und hast dann wieder zurückgegangen ja blöd ich brauche ich bin profi Alter hast einen schaden oder so oh wir machen fortschritte leute wir machen fortschritte wir machen fortschritte optimal mal und liken sie den stream um gegen den hater anzukommen haha ok wir kriegen das hin wir kriegen das hin wir kriegen das hin oho ja leute der skill ist on fleek heute er boomt wie das business oh ich muss da weiter rennen ich muss da weiter rennen ich muss da hashtag österreich ja mann schweizbeste ja ich war doch noch nie ich mag auf jeden fall eure berge oh ich mag aber mich nicht mehr Alter das ist knackig wie ne knackwurst so knackig ist das ich wollte nicht spinnen habe dir gerade ein level eingesendet genau nice Leute ja alle die mir ein level einsenden wollen Link dazu ist in der stream beschreibung genauso wie der discord link und mein twitter und instagram link alles in der stream beschreibung kickoffs ich bin so ein profi darf ich einen blauen toad was für blauen toad du kannst mir gerne einen blauen toad zeichnen schickt mir gerne eure toad arts oh ich habe keinen bock mehr so reicht mir jetzt hier reicht mir hier im saftladen Felix war nett aber reicht mir das ist mir zu belastend wir machen weiter mit einem anderen level und zwar haben wir noch 50.000 heute hier auf der liste oh ja machen wir weiter ich bin auch türke ja optimal ich nicht ich bin ein toad guten tag warum ich will dich mit einem level drei jahre verbringen nix gegen dich alles super mag dich ja und ich mag den level aber in streams weiß ich nicht wie ich vorankomme irgendwie toller name level name bruder muss los level code axel forst ist kacke ja und der youtube name ist deine mama dankeschön für diese einsendung auf jeden fall das war wahrscheinlich der hater grüß dich grüß dich wir sind gute freunde gehen durch dick und dünn alleine ole ole so leute nächstes level kommt von bin ganz gespannt das nächste level ist von muffel gönnung grüß dich hier erstmal bruder wir gehen durch dick und dünn alleine ich mag dich pius dankeschön lukas freut mich so bausers airship von mika hallo so leute ich bin gespannt ob wir dasselbe schaffen pius minus drei denkt nur ich muss los ja ich muss auch immer los ich bin nicht der helder ne ich auch nicht so hallo so was kriege ich los hier wir gehen mal nach oben und weiter weg tschüss muss los das habe ich so nicht gemeint ich liebe dich pius dankeschön philip hallo ich bin neu pius vater ey papi was machst du hier ich glaube nicht dass du neu bist du kennst mich schon ganz gut wir haben viel miteinander durchgemacht ich liebe dich pius ich hole mir vielleicht VIP leute mitglied werden und kriegt krasse emojis gönnt euch bruder muss abgrund ja das denke ich mir echt oh bauser junior hallo der bauser junior ist am start oh leute ich bin profi wie keiner von mir war ich komme sofort wieder alles klar ich bin kein mitglied mehr ja du bist echt kein mitglied mehr habe ich heute gesehen in meinem youtube dashboard keine ahnung was du gemacht hast ich weiß es nicht jedenfalls bist du kein mitglied mehr ich weiß es nicht geh dich beschweren oder so ich weiß es nicht muss man auf mauer maker link geben für level ne ne einfach nur den code musst du mir senden hashtag team toad genau leute hab dich über insta gefunden oh nice wie denn das ok nice willkommen ja hi wer hat mich abonniert ich muss ja mal gucken hier ey ah ace area ey null war das richtig ausgesprochen ich sag mal nicht wer wohnt ganz tief im meer in einer ananas ich nicht glaube ich so leute wir schaffen das alles wir schaffen das ah ich muss mal kurz hier warte mal ich muss mal den check hier anders hin machen das geht also nicht ne was ist das hier youtube so leute optimal wir können weiter machen so knochen knochen joshy xd moin erstmal hi und hallo admin eric ok alles wird gut alles wird gut ok muss ich da rein ich geh da mal rein Leute ich geh da mal rein oh s z m r k a t f j g danke fürs abonnieren und kürbiskun 25 dooo schön benoi wo muss ich drauf gehen ähm link zur level einsendungsformular ist in der video beschreibung gönn dir da kannst du mit dein mario maker 1 level einsenden um gegen mich beziehsse ähm damit ich dein level spiel und nachher spiel marokard leute nachher marokard ähm hallo lakitu gib mir eine bombe äh so wir schaffen das Leute wir schaffen das ist es offen ja ist offen die mauer ist offen rein da ok subbot ne 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 like joshy kein subbot was achso ich dachte grad ne warte gib mir ne feierbombe ganz schnell toto timon gaming dank fürs abonnieren nein oh scheiße ja haha oh god toko yummy oder so huhu jetzt kommt ja auch was aber sowas von Gönnung. Sohn Pius, du musst jetzt deine Geschichtsaufsätze... Was? Geschichtsaufsätze? Ich hab Ferien, Bruder. Papa, das musst du wissen. Ich hab Ferien. Hamburg, du war... Oh Gott. Wer wohnt am Land ganz tief in Österreich? Ich nicht. Ich wohne in Hamburg. Ich bin so querbehnert. Ich bin so gut. Der Pius hat sehr, sehr viel Skill. Oh, Leute. Schenkt mir... Schreibt Hashtag Pius ist der Beste in den Chat. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich los. Jetzt muss ich los. Ich hab Captain Toad. Das ist gut. Das freut mich. Hashtag Pius ist der Beste. Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Wie die CDU sagen würde. Pius ist einfach gut. Dankeschön. Okay. Pius ist der schlechteste... Kommst du aus Hamburg, oder was? Philipp, Marte, moin. Grüß dich. Oh. Ich muss los. Das ist unfair. Das ist unfair. Bist du mein Lieblings-Vutuber? Dankeschön, Philipp. Aber das war gerade Betrug. Das zeige ich an. Bitte sag mal deine Straße. Ja, natürlich. Ich wohne in der Toadstraße 31. Also, gleich schmeiße ich mein Gelbhead aus dem Fenster. Bist du Bescheid. Gleich fliegt dort. Aber ganz woanders hin. Wie würde Julia sagen? Das Gelbhead fliegt nach Uganda. Ja. Ich glaube, da fliegt es euch wirklich hin. Wie lange streamst du und bleibt das streamen online? Ich denke schon, dass er online bleibt. Und wir haben gerade angefangen. Wie lange streamen das, weiß ich jetzt noch nicht mal lieber. Das machen wir alles ganz spontan, ne? So, jetzt muss ich aufpassen. Da kommt wieder eine Bombe irgendwo. So, ich bin weg. Tschüss. Das Level ist nicht schwer. Ja. Tricks trotzdem nicht gebacken. Ich konzentriere mich erst mal auf Bowser Junior. Erst mal Bowser Junior, Leute. No. Was will denn der Typ? Komm mal nicht so nah. Keine sexuelle Belästigung, bitte. Bitte nicht. Okay, gib mir eine Feuerblume. Gib her. Natürlich. Okay, alles wird gut, Leute. Als ob der gerade weggeht. So, tschüss. Wir schaffen das, Leute. Ich glaube an mich. Nein. Nein. Das ist schlecht. Wie soll ich da wieder durchkommen? Das ist unfair. Geh hoch. Geh doch hoch. Oh, Mann. Das Spiel geht so lange, wie er geht, genau. Pews. Niemand weiß, wie er aussieht. Hat Angst, dass er erkannt wird. Doch einige wissen schon. Alle, die auf der Gamescom 2017 waren und mich gesehen haben, die wissen es halt, ne? Also, keiner kann hier nicht so wirklich die Rede sein. Ich lerne gerade Englisch-Vokabel in der siebten Klasse. Ja, gönn dir. Ich habe Vokabel in Englisch schon in der vierten gelernt. Also, nothings. Das reicht mir hier. Ich muss los. Ich muss los, Leute. Wollen wir nochmal ein anderes Level, Alter. Das reicht mir wieder. Ich spiele jetzt das Level von AP Rian und der hat das Trump-Paradies mir eingesendet. Das schauen wir uns direkt mal an, Leute. Ja, hallo. Wo gehst du denn hin? Hallo. Oh. Hallo. Oh Gott. So. Level-Code. Geh mal ein jetzt. 9. 9. 6. A. 0. 0. 0. 2. 3D. Ganz wichtig. 30. 13. Gönnung. So, Leute. So, nicht anders. Fuse IQ ist deine geschafften Levels in Mario Maker. Genau. Bisher eins. Ein Schweizer, Leute. Moin, du Schweizer. Wollte ihn gerade abonnieren. Was? Mich abonnieren? Bist du dieses Jahr nicht auf der Gamescom? Ja. Ich werde am Samstag auf der Gamescom sein, Leute. Nur Samstag, weil ich da leider an den anderen Tagen Schule habe. Ich habe da leider keine Ferien mehr. Es ist ziemlich dreckig. Was ist das jetzt hier für ein krass? War da gerade ein Käfer? Nee, ne? Kommt der wieder? Käfer! Kommst du wieder? Kommst du, Papa? Kommt der noch oder muss ich jetzt los? Pius ist in der ersten Klasse. Nee, ich bin nicht in der ersten. Ich bin elfte, Bruder. Ich denke... Ach, nee. Alles wird gut. Oh, was hat der jetzt? Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, muss los. Ich sehe schon, was das hier wird. Oh, nee. Oh, Gott. So weit im Level kann ich ja gar nicht leiden, Alter. Devo, moin. Oh, Gott. So weit hier, Alter. Da platzt mir ja richtig was. Ich mag, also ich mag eigentlich normalerweise so ganz normale Jump'n'1-Level. Hab endlich geschickt und meine Brüder sind auch in der Elfenjahr. Alex läuft bei dir. Also Leute, schickt mal am besten irgendwelche... Domtendo 2. Hi. Schickt mal am besten irgendwelche normalen Jump'n'1-Level. Die mag ich am liebsten. So ganz normales Rennen halt mit ein bisschen Schwierigkeit. Heißt so, ich sag mal so im Nintendo-Style. So welche Level. Die mag ich ganz gerne. Und das hier, mein lieber Verbesserungsvorschlag. Man schafft es in der Zeit nicht, hier hinzugehen, bis der Typ kommt. Also man muss immer hier zwangshaft drei Stunden warten. Und das ist ein bisschen blöd. Weil, guck mal, jetzt sitze ich hier und warte und warte und koche mir gleich einen Tee. Okay, was kommt der hier? So. Junge, nicht so toll. Ach, nee. Nichts gegen das Level, aber sowas kann ich nicht leiden, Alter. Nichts gegen dich. Aber schickt mir bitte schöne Jump'n'1-Level, Leute. Da sitze ich ja drei Stunden dran. Alles wird gut. Wir machen ein schönes Level, Leute. So welche Level gefallen mir nicht so. Tut mir leid. So, Leute, wir machen was ganz Schönes, hoffentlich. Ich bin Skiller 3000, wisst ihr wissen. So. So. Okay. Wir schaffen das. Wie die Märkte immer sagt, wir schaffen das. Lüge ich mir an, was los. War das dein Level? Wenn ja, sorry. Das sieht doch ein bisschen vernünftiger aus. Aber ich wage es nicht zu der Zeit einen Spin. Spin, so Spin, weißt du. So Challenge Level mag ich nicht so gerne. Ich mache lieber normale Jump'n'1s, wie sowas hier. Das ist so mein Style. Einfach so normal durchrennen, bisschen springen, Sachen finden. Das mag ich. Das finde ich super. Was haben wir hier? Schönes. Ein Cooper. Okay. One-Ups brauche ich nicht. Das ist mir egal. Tja. War irgendwie so klar, ne? War so klar. Das war sowas von klar. Rein, deine Hütte. Warum so viele Daumen runter? Ach, wir hatten Hater vorhin das Huhn. Das ist gar kein Problem. IQ 1. Ja, Mann. Das war nicht mein Level. Ich komme nämlich aus Deutschland. Achso, okay. Dann alles gut. Aber was hast du denn gemeint, mein Lieber? Erstmal Discord-Server. Erstmal Discord-Server gejoint, Leute. Genau. Das machst du richtig, Bruder. Das machst du richtig. Discord-Link, Twitter-Link, Instagram-Link. Alles in dem Schreiben. Genauso wie das Level-Formular, damit ihr eure Level-Spiel alles in der Video beschreiben. Ach du Scheiße. Das ist aber interessant. Okay. Minimal verwirrender Hintergrund. Aber okay. Fast schon. Sieht cool aus. Gefällt mir. Okay. Hi. Hallo. Oh. Checkpoint. Optimal. Checkpoints sind sehr, sehr wichtig für Streams. Hallo. Schatz. Yeah. Ich bin Profi. Toad ist der Beste. Yeah. Sehe ich auch so. Ja, was jetzt? Achso. Ah ja. Ah ja. Ich muss da oben lang, ne? Ist egal. Okay. Passt, Leute. Wir haben es geschafft. Checkpoint. Ja. So heißt das Ding. Das ist ein Shakepoint. Oder auf Deutsch. Wie heißt der? Auf Deutsch heißt der Ruck. Rücksetzpunkt oder so, ne? Oder so. Rücksetz. Zielfahren. Rücksetzfahren oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. Leute. So welche Level gefallen mir eigentlich ganz gut. Das könnte jetzt ein bisschen schwerer sein eigentlich. Also das war relativ leicht. Hat er, glaube ich, auch gemacht, oder? Oder was hast du da hingeschrieben? Mitte. Ja, okay. Das war eigentlich leicht. So welche Level mag ich? Halt einfach nur ein bisschen schwieriger. Warte? So schöne Jump'n' Ones. Wann Mario Kart? Das weiß ich noch nicht. Wenn ich mit Mauermelker gestorben bin, dann machen wir Mario Kart. Okay? Mal gucken. Weiß noch nicht so ganz genau. Später. Wisst ihr Bescheid. Wann kommt Captain Toad 2? Ja, keine Ahnung. Irgendwann. Aber erstmal kommt ja im März. Am 14. März, ne? Kommt der Captain Toad DLC. Den werden wir im Stream spielen. Also alle DLC Level, die neu dazugekommen sind, werden wir im Stream spielen. Das freut mich schon drauf, Leute. Und natürlich Mauermaker 2 werden wir natürlich auch. Wenn es rauskommt, streamen und Animal Crossing. Also Leute, lassen Sie ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke. So, wir haben jetzt ein Level von Powell. Und seine Beschreibung gefällt mir schon mal nicht so ganz gut. Das heißt nämlich das Level Hardcore and Crazy. Also ich denke mal nicht, dass ich das da lange überlebe. Aber mal gucken. Wir schauen auf jeden Fall mal rein, was der gute Powell da so schönes gebaut hat. Ich bin sehr gespannt. So, ab geht's. Pius IQ 2. Ja. Leute, mein IQ steuert sich genauso wie die Likes. Single Dene oder so. Hi. Wolltest du Hi schreiben? Moin, erst mal. Sendet mal Friend Code. Genau. Ihr könnt auch untereinander eure Freundescodes austauschen. Und das könnt ihr am besten auf meinem Discord-Server. Discord-Link in der Beschreibung, da wisst du Bescheid. Deine IQ ist auf 2 gestiegen. Yeah. Single Dene. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich die aufspringen so auf jeden Fall. Moin. Grüß dich. Willkommen hier im Stream. Willkommen bei Team Toad. Was geht denn hier ab, ey? Wow. Bäh. Was geht denn hier ab? Paul. Was hast du denn da gebaut, ey? Das ist ein richtiges Spam-Level. Gibt es irgendwo ein Item? Ja. Bin da so ein... Ja. Uuuh. Das hört mich von an das Mauer-Maker. Äh, nee. Mauer-Maker nicht. Mauer-Boss. Schieb, schieb, schieb Yoshi-Level. Wir warten mal ab, Leute. Ich bin jetzt Profi. Warte mal. Ich warte ab, bis die Dinger abhauen. Warte mal. Taktik. Ich bin Profi. So, kommt her. Fische kommt in meinen Backofen. Ich mache mir heute Backfisch. Hätte ich Bock drauf. Backfisch geht immer. Okay. Fische. Iglu hat heute... Ach so, die kommt von oben. Lol. Ich muss ja richtig los. Oh shit. Leute, das schaffen wir. Ich möchte mein IQ auf drei steigern, das ist mein Ziel. Alter, ich muss los. Ich muss sowas von los. Ich kann mit diesem Lakito im weekend. Warte mal. Als ob... Ah, gerade da kommt nicht ran, ne? Oh, jo, jo, jo. Okay, wir schaffen da. Die Zeit. Da waren Items, war es da unten, oder was? Die Zeit. Da sind keine Items. Du Betrüger. Oh. Oh. Ich muss los. Ich schieb, schieb es doch. Hast du Ferien? Ja, seit heute. Heute ist mein erster Ferientag gewesen. Ei, 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 ei. Ich muss weg. Oh man. In den zwei Fragen. Ach, da. Ach, da. Okay, okay. Ich habe es verstanden, Leute. Ich habe verstanden, was du von mir wollen. Alles klar. Okay, ich habe es auch noch nicht verstanden. Dein IQ von drei hast du vor 15 Minuten verpasst. Ja, leider. Leilalala. Okay, alles wird gut. Oh yeah. Ich bin Profi. Hallo Lakito. Hä? Was war das denn? Ja, was? Kennst du Buxtehudi? Ja, kenne ich. Aber ich glaube, ich war da noch nie in meinem Leben. Aber ich kenne den Ort. Lull. Das sehe ich auch so, Mirko. Das ist hier genau meine Meinung. Lull. Oh, ich muss weiter. Ich muss noch weiter nach rechts. Ich muss weiter nach rechts. Ich bin cool. Du bist cool. Wir sind cool. Wir sind alle cool. Cool. Okay. Und jetzt bin ich zu weit. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich möchte meinen IQ auf drei steigern, Leute. Das ist mein Ziel. Wir schaffen das. Oh Gott. Diese Fiebschiebs. Ei, 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 ei. Das ist ja ziemlich blass. Yeah. Kommt in Zukunft eigentlich mehr mit Boblin? Ist, was heißt, also ich denke, da wird es nochmal irgendwann was geben. Also nicht sofort, ne, ist ja ganz klar. Ist ja immer noch mein Kanal und nicht Boblinskanal. Aber ich denke, wir werden nochmal was machen miteinander. Ja. Hat ja Spaß gemacht. Und deswegen wird es da, denke ich, noch was geben. Ist ja ganz klar. Äh. Als ob. Du bist doch so ein Trigger-Typ, Junge, Paul. Du wirst gleich gebannt. Gleich wirst du gebannt. Und dann ist Schicht. Im Schacht. Das Gamepad fliegt gleich nach Uganda. Ja. Haben wir heute schon gesagt, Julia. Ja. Das fliegt gleich sowas von nach Uganda. Ey. Dieser. Dieser Fisch, ne. Der landet heute sowas von Backofen. Der landet heute sowas von. Mein Eco-Backfisch, ne. Das ist ja. Ich mach gleich das Fenster auf und dann schmeiß ich das Gamepad nach Uganda. Wisst ihr Bescheid, Leute? Ich renne einfach. Tahaha. Leute, geht's euch gut. Mir geht's gut auf jeden Fall. Mir geht's super, super, duper. So. Taktik 3000. Alter, One-Ups und grüne Fische, ne. Diese Kombo. Okay. Erstmal hier Pilz gönnen. Gönnung wird in Uganda groß geschrieben. So. Jetzt da hoch, ey. Du bist doch so ein Keck. Komm mit. Ich brauch dich. Uh. Okay. Jetzt fliegen nach oben. Ja, wie? Hä? Da ist ne Röhre. Hä? Wieso euch da jemand... Hä? Bitte? Ich dachte, die musste einfach rüberfliegen. Und dann war's das. Äh, nee. Gar nix. Da krieg ich einen Mittelfinger, aber mehr auch nicht. Ja, bitte. Was ist denn das? Pilz, komm her. Pilz, sie kommt zu Mama. Ja, und jetzt? Ja, du mich auch, ey. Tschüss. Wow. Ich geh mal da runter. Ah, lol. Lol. Ach, das geht hier noch. Das geht hier noch. Das geht hier noch weiter. Er soll zehn Minuten verpassen, weil man was aus dem Keller holen muss und es nicht findet. Das ist natürlich belassen. Das hast du gesucht, mein Lieber. In deinem großen Keller. So, jetzt muss ich aber los hier. Also, Paul, ne? Ich spiele nie... Ich spiele nie wieder ein Level von dir. Hallo, Pewus. Kam gerade. Moin erst mal. Wann kommt das nächste dumme Video-Video? Dumme Video-Video? Alter, das ist ja mal ein Zungenbrecher. Wieso fand ich so mein anderes Video so scheiße? Oder? Was willst du mir damit sagen? Ach Gott. Ich mach noch zwei Versuche, Leute. Dann geh ich nach Hause. Zwei Versuche. Ach, da ist ja auch ein Pfeil, sehe ich gerade. Ja, lol. Lol. Hast du schon mal mein Level gespielt? Ich glaube nicht. Ne, ich denke mal nicht, ne. Oh, geiler Scheiß. So, komm her, Bruder. Wir fliegen. Gemeinsam. Ach Gott. Kann ich da oben lang, die, ne? Ne. Okay, wir sind da runter, Leute. Undercover in die Röhre. Optimal. Diese Nintendo-Videos, meine ich. Diese Nintendo-Videos, meine ich. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Oh. IQ auf drei gesteigert. Wir müssen tanzen, Leute. Schreibt was Schönes in den Chat. Heftig famos, Leute. Famos. Yeah. Seid ihr stolz auf mich? Applaus. Ich bin der Beste. Pius. Warum bist du so ein guter Maulmaker-Spieler? Ich weiß es nicht. Bye. Paul muss los. Was? Du musst jetzt los? Und wenn du spielst... Das war ja der Undercover. Tschüss. Ich dachte mir gerade so... Ich spiel so ein Level zu Ende. Er muss sofort weg. Respekt, Dankeschön. Ja, ich hab durchgehalten, Leute. Ich habe Ausdauer gezeigt und es hat sich ausgezahlt. So. Nächstes Level von euch einsenden könnt ihr mir euer Level in der Videobeschreibung. Link dazu. In der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. So. Bowser the Boss. YouTube-Name. Das leichteste Level. Ja, wahrscheinlich. Das ist der Level-Name. Bin ich sehr gespannt. So. Ab geht's gleich. CD. Da fehlt das U, mein Lieber, im Level-Code. Da hättest du CD-U gehabt. So. Nächstes Level. Neues Glück. Mein IQ zu steigern. Hallo, Steffi26. Oder Steffi. Moin. Famos, genau. Kommen wir nachher wieder. Alles klar, Paul. Ja, natürlich Famos. Ich geh da mal lernen. Lul. Du musst lernen. Nicht frei oder so. Alter, was ist das? Torstent. Danke fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. Leute. Guckt euch den Nick-Namen an. Deutschland. RE. Pfeile nach links. Irgendein Ding. Wie Home-Menü. Fußabdrücke. Saven. Kamera. Joystick. Off. Ja, okay. Gutes Level. Also. Spiel jetzt das Level. Das saftige Schnütze. Moin. Erstmal. Kannst du eigentlich Shell Jumps in... Na, oh, bitte geh weg damit. Bitte geh weg. Okay. Wow. Bruder, ich spüre es richtig. IQ auf viel gesteigert, Leute. Moin. Moin, das macht Thorsten. Danke fürs Abonnieren. Und hallo, moin, Nils. Und hallo, moine alle, Leute. Ja, was soll ich dazu sagen? Bestes Level. Deutscher Johan. Danke fürs Abonnieren hier. Du deutscher Toad. IQ 4. Yeah. Darf man jetzt feiern sein? Erstmal nicht, mein Lieber. Weil, das sind noch einige Levels, die vor gerne drankommen wollen. Und deswegen spielen wir erstmal die. Ich hab noch sehr viele Einsender, Leute. Als nächstes ist der Luigi Man dran. Mit Ranken Panik. Bin ich mal sehr gespannt, ob die Panik mich in den Tod führen wird. Oder eben nicht. Ich bin sehr gespannt. Und das sehen wir jetzt. Ab geht's. Bin ich sehr gespannt. So, das Level war an deinen Spiel angepasst. Dankeschön. Nächstes Ziel für Beauty. Die Kuh auf fünf Steiern. Genau, ihr wisst Bescheid. Eui, eui, eui. Ich bin sehr gespannt, ob das Level taugt oder nicht. Kannst du mal Super Mario Mega modden? Könnte ich theoretisch machen, ja. Damit kenne ich mich ein bisschen aus, aber lohnt sich eigentlich in meinen Augen jetzt nicht mehr so doll. Schließlich kommt der Profi. Schließlich kommt ja im Juni Mauermaker 2 und das werden wir intensiv mit euch spielen. Also, abonnieren Sie mich und aktivieren Sie die Glocke. Dankeschön. So. Oh. Hammer Bro. Du bist blöd. Oh, schon wieder schiebst, schiebst. Oh. Nein. Ich komme mir nicht entscheiden, ob ich nach oben oder unten gehe. Weil oben kommen die blöden Blue Pass. Oh Mann, oh. Belastend. Egal, passt schon. Da haben wir jetzt immerhin den Pilz, ne. Ist ja auch ganz wichtig. Okay, wir haben den Pilz, Leute. Wir haben den Pilz. Ich gehe jetzt direkt nach unten oder auch nicht. Es ist nicht leicht. Okay, erstmal nach oben. Ganz wichtig, da ist der Feuer, äh, Feuer, äh, da haben wir Bro. Oh. Baul ist back. Optimal. Kommt irgendwann wieder Mauken 8, Luke? Heute mal lieber. Heute. Das kommt heute noch, denke ich. Also, ist zumindest... Manchmal, denke ich mir, ich muss los. Manchmal, denke ich mir, ich muss los. Ganz weit wohin. Und ich komme nie mehr wieder. Nach einer Reise nach Uganda. Okay. Konzentration, Leute. Wir schaffen das. Heftig, wir schaffen das. Alles optimal. So, schieb, schieb. Juck mich nicht. Alles supi. Okay. Oh, Checkpoint. Bruder, du bist großzügig. Du gefällst mir. Okay. Da oben könnt ihr mal langen, ne. Oder? Nein, als ob. Okay. Nein. Das ist ein bisschen belastend. Wow. Aufpassen, Leute. Ganz wichtig. Da ist es hier. E-Kugel gesteigert, Leute. Wo hört er auf zu spamen. Genau, Leute. Bitte nicht spamen. Ich wurde nicht angezeigt, als ich abonniert habe. Thorsten Schneider auf jeden Fall. Trotzdem danke fürs Abonnieren. Du wirst als Abo nicht angezeigt, wenn du deine Abos auf Privat gestellt hast. Es werden hier im Stream nur Abonnenten angezeigt, die ihre Abos öffentlich eingestellt haben. Trotzdem danke natürlich fürs Abonnieren, mein Lieber. Ja, ich bin der Erste, der es geschafft hat. Ja, lol. Ich bin Profi. Oder? Ne. Ich habe den Rekord. Okay. Ja, optimal. So ist das nicht auch so. D2. Moin. Pews macht Werbung für Uganda. Ja, bitte alle hinreisen. Bitte. Ja. Danke. So, Leute. Wir haben es geschafft. Nächstes Level. War ein schönes Level? So, das nächste Level ist von Benutzer Arthur. Das Level mit dem Trampolin. Oh, wenn ich das schon höre, ne? Wenn ich das schon höre, ne? Dann kriege ich schon wieder Anfälle. Und weine gleich. In Tränen. Hilfe. Aber wir schauen rein, Leute. Ich bin gespannt, was der gute Arthur uns da schönes gebaut hat. Wie geht's so? Mir geht's gut und dir? Todig, sagt man hier, ne? Todig. Alles Todig hier. So, das Level mit dem Trampolin von Arthur vom 19.02.2017. Vier Likes hatte es. Ob er einen fünften Like von mir kriegt? Wir werden's sehen. Soll ich mir ein VIP kaufen? Wenn du willst, kannst du dir das gerne kaufen. Kostet 4,99 Euro und ist dieses Mitglied werden neben dem Abonnier-Button. Das ist dieses VIP. Müsst ihr natürlich nicht. Ist freiwillig und bietet ein paar Vorteile, wie zum Beispiel einen Discord-Rang. Oder ab und zu bekommt ihr vielleicht auch mal das ein oder andere Video früher. Oder halt, ihr bekommt exklusive Infos im Comedy-Tab. So was halt, ne? Bist du Bescheid. Und ihr kommt auf meine Switch-Freundsliste. Ganz sicher. Forever. Solange es die Switch gibt. Yeah. Machst du bald wieder Fakt tot? Weiß ich noch nicht, Mirko. Mal gucken. Das ist als ob. Ah, belastend. Belastend. Oh, Feuerblume. Geiler Scheiß. Muss los. Ah. Oh, Feuerblume. Okay, alles wird gut. Oder auch nicht. Nein. Ach, da. Oh. Hilfe. Das ist eklig, die Stelle, aber irgendwie auch cool. Oh, ho, ho. Jetzt kann er mir nichts tun. Ich bin Profi. Okay, sorry. Was hast du gemacht? Hallo, mein alter Knabe. Moin, Kernseife. Grüß dich hier. Willkommen im Stream. Hier, Willkommen im Stream. Bitte ignorieren sie mein Deutsch. Dankeschön. Sprachen lernen. Babbel. Ja, soll ich gleich mal besuchen. Je. Ich bin so gut. Ich hab das nächste Level geschafft. Bin so gut. Pius und Profi. Ja, eben. Ich bin einfach nur der Profi. Ich bin so gut. Ich sollte mich für einen Mario Maker Webbewerb anmelden. So, er bekommt den fünften Like, Leute. Er bekommt den fünften Like. So. Sprachenlern. Bubble. Genau. Alex, du weißt Bescheid. Kürbiskuchen. Moin. Erstmal. Moin. Und Baumwurzelstamm. Hi. Willkommen. Du Toad. So, Leute. Nächstes Level. Level könnt ihr mal einsenden in der Swimble-Schreibung. Wisst ihr Bescheid. Wir machen weiter mit dem elften Level. Mit der elften Einsendung von Like Yoshi. Schöner Name. Und Level Name ist Super Schießboss. Okay. Schauen wir uns an. Und ab geht's. Level Codes eingeben. Macht Spaß. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. So. Ab geht's. Es fliegen die Likes. Ja, Leute. Like den Swim. Falls ihr noch nicht getan habt und euch der Swim gefällt, abonniert mich. Like den Swim. Kommt gerne auf meine Discord-Abonnenten-Server. Alles in der Beschreibung, Leute. Wie wisst ihr Bescheid, ne? Ich habe leider keine Wii U gehabt. Dafür aber eine Switch. Ja, das ist eh besser. Eine Switch ist besser als eine Wii U, Leute. Also habt ihr alles richtig gemacht. Und ich habe alles falsch gemacht. Yeah. Habe ich. Habe ich. Alles gut. Musst du nicht sparen. Alles in super, mein lieber Du. Okay, hi. Äh. Du verlangst, der verlangt ist aber nicht so einen ekligen, ähm, Panzer-Jump, ne? Oder? Ich hoffe mal nicht für dich. Ah, ich denke, er will sowas. Warte mal. Ich denke, er will sowas. Ja, genau. Okay, passt. Alles super. Ja. Da kommt was von... Okay, ich glaube, es ist ein paar Arsch-Level. Musst kurz weg, bye. Tschüss. Bis später, Huhn. Bring mir ein schönes Huhn mit. Natürlich nur zum Angucken, ist ja ganz klar. Wie macht man ein Profilbild? Hab erst seit diesem Stream einen... Einen Streamkanal. Äh, ich kann nicht labern. Hab erst seit diesem Stream einen Kanal ohne Videos. Alex, wenn du auf dem Handy bist, musst du oben rechts auf dein graues Profilbild bisher. Und da musst du draufklicken. Und dann auf mein Kanal, glaube ich. Und dann solltest du oben das irgendwie machen können. Am besten hilft ihm da einer, jemand im Stream weiter. Oh Gott, was ist denn jetzt? Leute, ich bin am Ende. So, Leute. Ich schaffe das jetzt. Optimal. Also einfach oben rechts müsstest du irgendwo dein graues Profilbild finden auf der Handy-App. Und... Ich bin so ein Profil. Ibims 1 Profi. 87 Likes. 27 Dislikes. Das ist doch schön. Das passt doch. Alles Subi. Okay. Was soll ich jetzt machen? Warum aktiviert er sich, hä? Vor allem, wo soll ich dann hin? Kann mir bitte jemand helfen? Der coole Toad. Moin erstmal. Hä? Was? Ich verstehe es nicht. Wer war das? Luca? Sag mal, was ich da machen soll, bitte. Sagen Sie es mir bitte. Dankeschön. Ich bin ein bisschen planlos. Hat jemand eine Idee? Auf die Plattform. Welche Plattform? Da oben oder was? Da komme ich doch nicht hoch. Oder ist hier irgendwo... Auf die Plattform dann zurück. Aha. Da kommt man nicht zurück. Auf die Blöcke, die Top bin ich doch. Das geht ich. Ach so, hier. Ja, ja. Verstehe schon, aber... Hä? Soll ich mal da hochkommen? Ich bin ein bisschen überfordert. Er geht nicht. Unmöglich. Versuch einmal den Shelljump. Oh, nee, den meine ich. Kann ich nicht. So ein Quatsch kann ich nicht. Ich spiele ganz normalen Maumaker. Doch, wie denn? Wie denn? Wo soll ich denn hinspringen? Ich frage dann meinen Papa, wenn er nicht mehr schläft. Ja, mach das. Mitleid Gamer. Das brauche ich jetzt. Moin. Ich brauche auch ein Mitleid. Wie stellt ihr das vor, Bruder? Hat sie noch die aktualisiert? Ja, das kann vorkommen. Das saubere YouTube ein bisschen. Hat der Cooper vielleicht einen Schlüssel? Nee, nee. Das ist hier schon eine P-Switch-Tür mal lieber. Eine Schlüssel-Tür sieht anders aus. Also, ein Schlüssel würde mir hier nichts bringen. Keine Ahnung. Unten und dann ganz schnell zurück. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Die sind schon ein bisschen krass, mein Lieber. Ah. Komm in die Gänge, Junge. Woll, ich bin Profi. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Hä? Okay, Pius, was war das für ein Fell? Keine Ahnung. War belastend. Ja, hallo. Ich kann leider auf mich spinnen, oder? Ich glaube, das geht nicht. Das geht nur Mario World. Hä? Ja, jetzt. Okay, ich warte. Sup, PewDiePie. Bruder, muss nicht spammen. Dankeschön. Reicht, genau. Gamertowns sagt es hier. Es reicht hier. Es ist Schicht im Schacht. So, was jetzt? Ich habe Zeit. Jui, moin. Zurück hier. Grüß dich. Leute, ich bin überfordert. Überfordert. So. Äh, das jeder. Also, mein Lieber. BRW. Enemy. Cat. Dass jeder nicht zuschaut, ist ja normal, ne? Es hat nicht jeder Zeit, Lust, sonst was, ne? Ist ja ganz klar. Spinnen, du hast echt. Sprengen nur nach rechts, wenn du ein Loop bist. Äh, okay. Ach, lol. Wir schaffen auch 90 Likes, Leute. Wir machen die 100 voll. Wir machen die 100 voll, Leute, oder? Komm, da klappen wir. Wir machen die 100 voll. Wer hat noch nicht geliked? Liken Sie. Und wir machen die 100 Likes voll, Leute. 100 Likes. Dort kriegen wir hin. Team Toad, Leute. So, wir haben es geschafft. Yeah. 100 Likes, genau. Ja, ich helfe. Guter Typ. Freaky Boy, das machst du richtig. Hashtag Pius, der Noob. Nein, ich bin Skiller. Noob, nee. Mike, moin. Habt gerade eingesendet. Alles klar, Lukas, Zendo. So. Nächstes Level. Einsendung Nummer 12. Name des Levels? Nintendo Games. Okay, ist das so ein Amiibo-Quiz-Game-Level? Oder was soll ich mir unter diesem Namen vorstellen? Ich bin sehr gespannt, was mich da gleich erwarten wird. Ich denke, es ist so ein Amiibo-Rate-Game. Und leider habe ich nicht so viele Nintendo Games gespielt. Also, halt Mario, Splatoon, Zelda. Dann hört es auch schon fast wieder auf, ne? Mario, Splatoon, Zelda. Okay, ein bisschen Pokémon. Pac-Man habe ich gespielt. Aber sonst war es das auch schon wieder fast, ne? Blux tut den Weltrekord. Das kann ja nur gut sein. So. IQ ist 7. Er ist heftig gestiegen. Ja, Mann. Lässt du den Stream on? Ja, Mann. Für Best-Off oder so. Jeder darf ein Best-Off von mir machen. Da wisst ihr Bescheid. Jeder darf was machen, wenn er so verändern will. Dann ist ja ganz klar. Noch vier Likes. Was ist echt jetzt? Dann haben wir die 100. Das geht ja auch schneller als gedacht. Leute, noch vier Likes. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Bob, der Baumeister. Famos. Ich auch so. Pius is over 9000. Ja, Mann. So. Nintendo Games. Ab geht's. Yeah, Super Mario Maker. Muss weg. Tschüss. Danke, dass du dabei warst. Und tschau. Okay, das ist Mr. Game & Watch. Das weiß ich. Aber was müssen wir jetzt machen? Da rein? Okay, optimal. So. Jetzt sind wir wieder Mario. Alles klar. Nee, das ist doch kein Amiibo-Rate-Game, ne? Das ist ganz normales Level, okay. Ganz normales Level. Sie muss noch nicht Dislikes. Fehlen noch minus 27. Genau, das sehe ich auch so. Die müssen alle wieder weg. Wow. Ah, Donkey Kong. Das ist eine coole Idee. Gefällt mir. Gefällt mir. Daumen hoch für das Level. Bisher. Wow. Ist da was? Wahrscheinlich kommt dann Amiibo-Pilz oder so raus. Egal, gehen wir weiter. Wir schaffen das, Leute. Ist ja ganz klar. Ja, und jetzt? Achso. Warte mal. Einfach da rein. Passt schon. Oh, jetzt nehmen wir... Wie heißt das? Excitebike. Yeah. Excitebike, Leute. Wow. Muss los. Sonic. Sonic, du brauchst mal wieder gute Games. Dann kaufe ich dich vielleicht. Ähm, Captain Falcon. Geiler Scheiß. Okay, passt. Das wird tun. Das fehlt dir noch bisher. Sonic. Genau. Hi, wir wieder da. Moin, zurück das Huhn. Grüß dich. Come on. 100 Likes. Tweezy 150 kleine Gönnung, Leute. Liked allen Streamen, wenn es euch gefällt bis hierhin. Und abonniert den Views. Hier zum Link. Yeah. Ah, da unten ist der Schlüssel. Wir müssen zum Schlüssel. Aber ganz schnell. Okay, das schaffen wir. Scheiße. Oh, das ist gar nicht so leicht. Gab es hier bisher einen Checkpoint? Ich glaube nicht, ne? Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Aber ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Easy. Easy. Okay, optimal. Passt. Ein Like. Wunderbar. Dankeschön. So. Rein in die Rohre. Noch zwei Likes. Oh, Pikachu. Was ist das hier eigentlich? Was soll das darstellen? Lull. ach so sehr ah das zeigt mir was jetzt dran kommt so blaue elemente und goombas aha ok und schieb schieb was ist ein liebungs spiel ich mag sehr gerne super mario 3d world und myocard 8 deluxe games mit in metroid samus dringend los sehr schönes level und jetzt sind wir captain der scheiße nimm was und wir müssen los die außerirdischen greifen uns an cooles level gefällt mir wer war das okay dein name ist ein bisschen komplizierter loido leido doppel leider genau schönes level so red coins einsammeln passt noch eine wo ist sie aber okay cash ohne ende das ist mein youtube money leute ist mein youtube money so rein da noch ein like geiler scheiß dieser stream verdient ein best auf wie schön das freut mich das finde ich super okay ja was jetzt jetzt muss entscheiden zwischen allen die wir hatten oder was mario dunggung juli wo heißt der pikachu link captain fägen mr game and watch sonic peckmann keine ahnung ich weiß dass ich das darf ich weiß aber ich weiß gar nicht die charakter exzeit exzeit bike mauer maker und noch mal link ok wir nehmen mal juli wo ist juli 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 nein team juli 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 shutgemfeld lieben grüstig ich hab' 100 leicht gemacht torsten schneider ganz schön hier leute waren die 100 likes voll sony an das optimal so sehr schönes land hat mir sehr gut gefallen so ein geld akku ist danke fürs abonnieren panda je kreft oder so dankeschön so der feld hat jetzt wieder den stecker so nicht anders glückwunsch dankeschön meine kuh ist gestiegen leute ja ich bin so nicht ich bin der views heute und alle die neu sind ich habe auch ein zweitkanal könnt ihr in der suche gerne eingeben auf youtube da ist so wie peter kommen so wenden videos so ein bisschen team talk und so was die ganz wende videos also falls interesse habt ne zweitkanal so wie es level in mau maker und jetzt ist die einzelne nummer 13 da von johnny gaming word of pipes okay gönnung so gönnung wird groß geschrieben ähm so so und nicht anders willkommen im club was 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 war ein neues mitglied brw lucas ist im toad club ole ole leute gibt ihm gerne herzen jetzt im chat eskalation dankeschön gibt den herzen leute im chat hier ich habe so in youtube gesucht und es nicht gefunden ich kann auch gerne mal eben den link schicken warte mal alles hin leute dankeschön für das wird werden mit bruder kommen auf die frau von disco server falls du da noch nicht bist um halt wirklich alle vip vorteile zu kriegen so leute hier ist aber der link zu so lieb meinem zweitkanal falls interesse habt da kommen so wenden videos und bisschen themen talk aber halt eher so ein bisschen schwer gerne habe ich abonniert dankeschön chris zocker hd willkommen hier im stream bruder so dieses level von jojo ab geht's ich bin gespannt was es wird dann schon an den guten lukas hier fürs wird werden dankeschön so nicht anders leute so was haben wir hier gar nichts okay passt wir können vier red coins finden und da geht's rein herzlichen glück und schön 10.400 was dann 400 voll noch nicht noch nicht oder ne da hat sie zu befähigten scammert und wünschen auf discord optimal junge bist du krass in ford nee da nicht so eher nintendo games schon also ich kann es mir tun eigentlich relativ relativ gut ne marco marco kp ja auch ein bisschen aber nicht ins film sei ins film ist immer ein bisschen abgelenkt weil er gucke ich auf den chat ich achte auf euch ich muss reden das ist natürlich alles ein bisschen ablenkend zum gameplay ist ja ganz klar aber so ist er tun und z2 und marco karts sind so games da würde ich sagen die liegen bei einigermaßen marco maker naja da kann jeder für sich entscheiden wenn man halt blind level spielt spielt ist natürlich immer ein bisschen schlecht ist ja ganz klar ne also ist ja noch kein gott vom himmel gefallen außer jesus marco maker ab in die tür abo wurde bei zugegönnt wurde dankeschön sui braucht auch die abos will auch so gerne wird werden darf nicht kein problem keiner ist verpflichtet hier wird zu werden wird ist nur ein netter boni für coole toads für sehr sehr coole toads aber ist natürlich keine pflicht oh gott melone wo ist das german danke oh gott die anzeige ist ganz schön lang danke fürs abonnieren ei 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 je oh gott alles gut bester fan ever bester fan ever ach du scheiße ach du scheiße langsam muss ich aber los holy shit das muss ins best auf aber sowas von holy das war ja ziemlich traurig ach du scheiße lacht mich bitte nicht aus alles wird gut holy shit das war ja ziemlich belastend Kann mich bitte jemand abonnieren, damit der lange Name da weg ist? Dankeschön. Dankeschön. So. Okay. Jetzt wird alles besser. Mein Gott, wie kann man sich da so scheiße anstellen, ey? Also bitte. Also bitte, Pius. Mann, Mann, Mann. Was ist aus dir geworden? Ich höre einen Stern, Leute. Ich höre einen Stern. Ich bin der beste Stern von allen. Dann langsam lache ich Tränen der Freude. Das ist super. Das finde ich optimal. Alle, die fallen meistens auf, was? Aber die fallen meistens auf, wenn man darauf achtet, ja? Oh, Lukas hat ein 2 Euro raus. Dankeschön. Danke an die Lukas und 4 Toad Debs. Yeah. Und Malte abonniert. Yeah. Leute, gib dem Lukas ein paar Herzen. Danke Lukas mit C. Yeah. Bestermal, dass ich auch so. Bist du auch nicht neu? Ich kannte dich bisher so gar nicht vom Namen, oder? Also so wirklich sagst du mir nichts. Aber auf jeden Fall. Dankeschön. Und Toad Debs sind richtig gut. So, eine Feuerblume. Yeah. Hallo Feuerblume. Wah. Scheiße. Ei, 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 ei. Okay. Hi, Malte. Danke fürs Abonnieren. Danke dafür. So, ab geht's jetzt hier in die Tür. Oh, Geld. Da kommen die Spenden von euch, Leute. Das sind die Donations. Yeah. Okay, aufpassen. Tschüss. Leute, mein IQ ist wieder gestiegen. Ich spüre den Applaus von euch. Kann man dir im Chat einfach Level-Code schicken? Nein. In der Spiebel-Schreibung ist der Link zum Formular. Da kannst du mir deine Level schicken. Fuse, ich mag dich. Trigger Toad. Dankeschön. Aber warum bist du so getriggert? Trigger. So, war ein schönes Level? Kriegst du ein Like von mir? Der Hater hat neue Leute für die Community gebracht. Ja, lau ich auch. Das Ding ist nämlich, das wissen glaube ich Hater gar nicht. Dislikes supporten den Stream auch. Genau wie Likes. Weil für YouTube zählt einfach nur die Interaktion. Jede Nachricht im Chat, jeder Like, jeder Dislike, alles ist Interaktion. Und das zählt auf YouTube, damit der Stream anderen empfohlen wird. Das checken die Hater wohl nicht so oder so, keine Ahnung. Mein Level ist ein Mao und Luigi Abenteuer Bauer sein Level. Okay, nice. Hab dich noch nicht mit meinem Zeitkanal abonniert, muss eh machen. Gun dir. Views, wie viel habe ich dir insgesamt gespendet? Jetzt antwortet, das weiß ich nicht auswendig, Bruder. Das weiß ich nicht auswendig. Ich führe keine Strich, Strick. Strichliste, Strickliste, wer kennt's? So, nächstes Level. Level Nummer 14 von SariHade. Bist du noch da, Bruder? Wir spielen jetzt dein Level. Feuriger Winter. Ja, nice. Der Winter geht langsam zu Ende. Da kommen die Abos. Wer hat mich abonniert? Nee. Kein Abo. Eine Spende. Lukas, sag mal ein Euro. Dankeschön. Ich dachte, du hast ein Abo. Die Spende gibt ihm herzen, Leute. Dankeschön an Lukas. Du hast du zu viel Geld oder was ist los bei dir? Was ist denn los? So habe ich auch mit einem Zerkanal abonniert. Dankeschön, Leute. Der Suib kriegt Abos. Yeah. Suib. Freut du dich? Der Suib kriegt Abos. Leute, falls ihr den Suib noch nicht abonniert habt, ne? Das ist der Suib, Leute. Bester Kanal. Random Videos. Talk Videos. Normale Crazy Videos. Comment auf Suib. Wie macht man die Toad Dabs? Die kannst du nur machen, wenn du Kanalmitglied bist. Das ist dieser blaue Button neben dem Abonnier-Button. Das ist Kanalmitglied. Und wenn man das halt kauft, dann kriegt man die Emojis. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist einfach eine Funktion auf YouTube. Und ja. Die kann man entweder als YouTuber nutzen oder eben nicht. Aber wenn man halt nichts bezahlt, dann kriegt man die auch nicht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Oh. Eisrutschig, Leute. Gefährlich. Hier muss man aufpassen. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das schaffen wir. Oh, schade. Okay, das wird gut. Leute, optimal. Das Level ist nur für Blue X2. Ja, ich spiele es trotzdem. Ich spiele es trotzdem. Ah, kacke. Ich brauche hier noch den Pilz. Ich brauche hier den Pilz. Ganz dringend. Ich darf ihn vorher nicht verlieren. Ich brauche ihn für da. Ganz, ganz wichtig. Aber sollte machbar sein. Ja, ich warte noch mal ein bisschen. Okay, jetzt los. Hi. Was für ein Ding? Ach so. BRW Lugasch Gulasch. Gulasch. Dein Füße abonnieren. Yeah. Ah, ja, ja, ja. Was ist denn heute los, ey? Das brennt ja richtig heute. Ah, schade. Wow, was geht jetzt ab? Oh. Nochmal, Lukas. Nochmal, Lukas. Wie viel Geld hast denn du? Nochmal, eure. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Dankeschön. Wie viel Geld hast denn du, Junge? So, wir müssen weiter. Warte mal, ich warte noch mal kurz. Okay, jetzt nach vorne. 150 PS. Nein, was macht der? Oh, jetzt komm, 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 komm. Je. Nein. Nein. Okay. Komm. Gib Gas. Okay, optimal. Komm, gib ein Checkpoint, bitte. Gib mir bitte ein Checkpoint. Nein. Huh. Langsam muss ich los. Aber ganz dringend. 106 Likes. Nice Sache. Oh, Checkpoint. Nice. Okay, Leute. Oh, wer wohnt in der Ananas? Das war ein bisschen belastend. Ei, 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 ei. Ach Gott. Leute, ich würde sagen, wir machen noch das ein Level jetzt hier. Und dann spiele ich mit euch ein bisschen Mario Kart 8 im Freundesraum. Ist ja ganz klar. Oder, Leute? Habt ihr Lust auf Mario Kart noch? Ein bisschen. Zu abwechslung. Okay. Jetzt hier runter. Fast. Fast. Die Dislikes sollen sich schämen. Genau. Genau. Das hast du richtig erfasst, mein Lieber. Okay. Konzentration. Ah, das wird gut. Nein. Schlechtes Timing. Oh Gott. Das ist schwieriger, als es aussieht. Weil du musst ja ziemlich weit da springen, ne? Das ist ja gar nicht mal so leicht, würde ich mal so sagen. Also, zumindest für Toads ist das eine schwierige Geburt. Wie man sieht. Ja, Mario Kart. Nein, bitte mein... Was? Nein, bitte mein Mario und Luigi Bauer sein Level. Vielleicht beim nächsten Mal, okay? Weil ich habe noch so viele Einzelne und da würde ich ja morgen noch dran sitzen, weißt du? Jeder... Ich kann wieder nicht reden. Jedes Level kann leider nicht in einem Stream drankommen. Ah, Mist. Nur, Lukas, nochmal ein Euro. Ja, Excel. Danke fürs Abonnieren und Lukas nochmal ein Euro. Dankeschön. Oh, oh, oh. Ich bin so ein Profi. Ich bin so gut. Dankeschön. Sunny HD, was hast du hier wieder gebaut, ey? Ha! Mario muss los. Der Mario muss leider weg, Leute. Er hat keine Zeit mehr. Ach, Göttchen. So, komm. Ja, kommst du mal? Hallo? Jetzt, jetzt. Deutsche Bahn hat Verspätung. Okay. Äh, was macht der Typ? Was macht der Typ? Oh, Gott. Wegen Lukas bist du gleich reich. Ja, danke an Lukas. Sonst ist immer der Gamer Toad der krasse Spender, aber Gamer Toad hat schon kein Geld mehr oder so. Gamer Toad wurde arm wie eine Kirchenmaus. Jetzt kommen die neuen. Okay, 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 okay. Dank fürs Abonnieren. Ich kann es gar nicht sehen. Als ob. Okay. Nice. Glitzerndes Gla... Zio... Gla... Zio... Ola. Dank fürs Abonnieren. Eskalation. Oh, Gott. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Yeeeeh. Geil. Leute, ich bin der Beste. Ich bin so gut. Ich würde sagen, um 18 Uhr machen wir Mario Kart, würde ich sagen. Könnt ihr euch drauf einstellen und eure Switch starten. Haben wir es geschafft jetzt? Blue holt den NSMBU Weltrekord. Danke fürs Abonnieren. Alter, was ist denn jetzt los mit der Einblendung? Der ist einfach nur ein gelber Streifen. Daumen hoch für den gelben Streifen, Leute. Hi, Ender, ach her, moin. Daumen hoch für den gelben Streifen. Okay, was passiert jetzt hier? Oh. Kommt da ein Stern? Da kommt ja nichts. Was ist da los? Deutsche Post. Liefern wir mal ein... Hallo? Hä? Soll ich da jetzt durchrennen, oder was? Okay. Easy. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Halt, stopp. Happy. Happy. So. Keine Ahnung. Geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, man kann mit Google Play Guthaben bezahlen. Ja. Google Play, PayPal, PaySafe Karten. Das ist alles möglich. Ihr müsst es ledig im Google Play Store als Zahlungsmethode angeben. Im Google Play Store, Leute. Ganz wichtig. Ihr sucht die. Moin, moin. Grüß dich. 2017 heißt das. Achso. Happy. Achso. Happy 2017. Ah, ja. Ich verstehe. Pius, die leckere Currywurst. Bester Name, Bruder. Bester Name. Daumen hoch für diesen Namen. Hast mich abonniert? Ich mache mal den, ich mache mal den gelben Streifen weg. Ja, mach mal bitte. Mach den gelben Streifen weg. So, der 18 Uhr, Marocard, 8 Deluxe, wisst ihr Bescheid. 18 Uhr, schreibt euch das in eurem Kalender. So. Gamma Toad, haut ihn euch raus. Oh. Gebt dem Herzen Gamma Toad. Gamma Toad, Lukas, krasse Typen heute hier. Ich bin eine Gurke, das sehe ich auch so. Danke Gamma Toad. Er hat den Streifen wieder Hall gemacht. Das ist doch sehr schön. So. Ja, nee, halt stopp. Wir spielen noch ein Level, würde ich sagen. Von Julia. Uiuiui. Julia Baby, bist noch da. Ey, verarsch mich. Level Name, ich mache Kekse. Level Code Kek. Julia, danke schön für diese Einsendung. Einsendung 16. Sweep Faker. 11. September. Ja, geil. Abonniert Pius, like and stream, abonniert Pius. Was ist das für eine Sendung? Ach Gott. Jetzt kommen wir nur Fakes. Axel Voss, immer CDU. Ach de Scheiße. Kommen wir nochmal Wiele? Pauli Pius, plüse ich will frei werden, gib mir zu. Ach Gott. Vier Fake Einsendungen, man kennt's. Okay. Wir haben wieder eine Wiele, Leute. Ich habe wieder eine Wiele Einsendung gefunden. Und die spielen wir jetzt. Die ist von Mirko. Alles klar. Mirko, du bist dran. Ich spiele jetzt dein Level. So, ab geht's. Ab geht's. Happy Use. Du Toadfresse. Hi. It's Frank. Ja, Julia, du bist so lustig. So lustig. Präge dir das Bild ein. Ich glaube, ich kenne das Bild. Ich kenne nicht das? Hat das Blüx2 mal gespielt? Wenn ja, kenne ich es vielleicht. Like plus Abo gleich Toad. Genau. Man kann mit Google Play Mitglied werden. Ja. Ja, kann man. Google Play, Paypal, PaySafe. Alles möglich. Musst halt im Google Play Store einrichten. Weißt du Bescheid? Mit deinem Google Konto. Okay. Präge dir das Bild gut ein. Alles klar. Wir haben vier Koopas, fünf Goombas und drei Pflanzen. Okay. Scheiße. Vier Koopas, fünf Goombas, drei Pflanzen. Wir schaffen das. So. Wir kriegen das hin. Okay. Und was jetzt? Ich bin ein bisschen überfordert. Erstmal. Auf den ersten Blick. Ah ja. Das sind... Das ist falsch. Das waren vier. Oh. Lukas Tendo Gamers doch wird geworden. Oh. Leute, danke schön. Leute. Dankeschön, Lukas Tendo Gamers und gibt ihm gut mal ein paar Herzen hier, ein paar Toad-Dabs und sonst was, Leute. Dankeschön. Gleich kommt die Einblendung, den Eskalier ist wieder komplett. Je. Okay. Vier. Das waren vier. Ja. Safe. Du, 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 du. Dankeschön. Ah, ich liebe diesen Sound. Ich finde es so geil. Dankeschön. So. Was? Hä? What? Hä? Bitte? Warum war das falsch? Hä? 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 Nur Lucas spenden heute. Nein, auch von Gamertout. Und ein neues VIP-Mitglied. Yeah. Okay, Leute. Was war das gerade für ein Betrug? Oh, ich renne durch. Passt schon. Passt schon. Alles optimal. Okay. Passt. Ich kenne mich gar nicht. Dankeschön für diese Info. Aber was hat jetzt bitte falsch gemacht? Das versteht nicht so ganz. Das dritte ist richtig. Ach so. Oh, ich kann kein Mathe. Profi. Daumen hoch, Leute. Daumen hoch. Okay, da haben es. Oh, Feder. Geiler Scheiß. Oder? Mal gucken. Äh. Nein. Ja, super. Ei, ei, ei. Ja, äh. Nein. Was habe ich verloren? Ja, ich habe verkackt. Schade. Ja, cooles Level. Das war jetzt ein bisschen belassen gerade. Leute, wir switchen jetzt zu Mario Kart 8. Ab geht's. Wir spielen jetzt Mario Kart 8 Deluxe. Auf der Switch. Ab geht's, Leute. Ihr könnt alle mitspielen. Wir machen ein Turnier. Kommen Sie ran. So. Ich muss mal eben ein Mario Kart hier reinlegen. Mauermaker wird demnächst weitergehen, Leute. Und zu Mauermaker 2 wird es richtig abgehen. Da mache ich Videos, Streams mit euren Leveln. Wisst ihr Bescheid. So. Gleich geht's ab hier. Oh, Betrugs-Karte. Ja, Mann. Jetzt ist Mario Kart Zeit. Komm ich, weil ich bin noch dran. Mit dem Level jetzt nicht. Aber du kannst mitspielen, mein Lieber. Mitspielen kannst du. Das kriegen wir hin. Level spielen dann beim nächsten Mal, mein Lieber. Weil wir wollen um Punkt 18 Uhr anfangen, muss das Turnier ja erst mal erstellen. Das dauert ja ein bisschen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ihr müsst das Game selber noch starten. So wisst ihr Bescheid. Geht's euch ab hier. So. Gleich geht's ab. Oh, das war die Wii U. Aber außerdem, dass es falsch ist, Kabel gezogen. Ja, ups. Ups. Kann aber passieren. So. Keine Absicht für die Wii U. So. Switch wird gestartet, Leute. So, Switchy. Alles wird gut. Aha. Tod wird das Turnier, bitte. Können wir gerne machen, Leute. Obwohl, ich glaube, es ist ein bisschen unausgeglichen. Machen wir lieber nicht. Ignore mich halt, Leute. Nein, ich ignore dich nicht. Das müsstest du eigentlich wissen, dass ich keine Leute ignoriere. So. Ab geht's jetzt hier im Online-Turnier. Ist ja ganz klar. Jetzt geht's los. Ja, Mann. So. Stellen wir mal ein schönes Turnier, Leute. Ich hab hier keins mehr, ne? Würdest du das hier? Aber das ist so ein Lifetime-Ding, ne? Ja. Wir machen Neues. Dann Pierce oder Suey. Nee, wir machen ohne Teams. Ohne Teams. Teams ist immer ein bisschen blöd. Wenn jemand rausgeht, glaube ich, dann. Ja, doch. Keine Ahnung. Wir machen ohne Teams. So, komm, hallo. Hallo. Was? Ach Gott. Was sind denn hier meine Turniere? Das hier, ne? Das haben wir schon mal gemacht. Gut, dann lösche ich das mal eben hier. So. Tschüss. Loll einspast. Nein. Stopp. Pius. Hi. Hallo. Schönes Emoji, ne? Pius, kannst du deine Mama schlagen? Sie sagt, ich muss Mathe machen, statt MK80 zu sagen. Also, meiner Mama sagen. Hast du morgen Schule oder was? Dann sag ihr, bis 19 Uhr, Mama. Dann mache ich Mathe. Mann, er hat mir eine Stunde Marokkart, Leute. So. Toad. 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 Mia. Je. Okay. Ohne Teams. Items. Volle Bulle. Komm, es machen wir an. Fahrzeuge alle. Stattsteigen aus. Jetzt fester Zeitraum. Vierter, dritter. 18 Uhr genau. Bis vierten, dritten, 19 Uhr genau. Wir machen, ähm, wie diese Rennen schafft man? 4, 8. Ich glaube, zwölf Rennen sind möglich. Machen wir einfach mal. Ja, passt. Optimal, oder Leute? Weil ich muss weg, alles klar. Tschüss, Alex. So, löffelt, Toad, 6 Stunden, ne, ne, ne. Arte, Janus, Hyper, moin. So, Leute. Turnier ist offen. Was sind denn da jetzt hier? Toad, Turnier. Jo. So, ich schreibe mal eben kurz mit dem Code ab, damit ich den im Stream einblenden kann. Ist ja ganz klar. Turniercode. 1, 4, 7, 4, 2, 8, 7, 1, 6, 0, 7, 5. So, Leute. Code ist drin. Sollte, glaube ich, klappen. Ja, habe ich richtig. Okay, passt. So, machen wir den mal da. Machen wir den mal, äh, da hin. Da sollte man ihn sehen, oder Leute? So. Ab geht's. Kommt dran. Ins Turnier. Der Banner ist weg. Banner, was ist passiert mit dir? Banner, alles wird gut. Beruhig dich. Rest in Peace, Banner. Henry Nuss. Moin, willkommen im Stream. Ich bin ganz alleine. Forever alone. Ah, da kommt jemand. Guten Tag erstmal. Grüß dich, altes Haus. Kommt ins Turnier, Leute. Okay, tschüss, bis später. Kannst wieder wieder alles. Julia ist am Start. Lukas, moi, Leute. 18 Uhr geht das Turnier los, Leute. Wisst ihr Bescheid? 18 Uhr geht's los. So. Ab geht's. Für alle, die jetzt ins Film kommen, wir haben bis eben Mario Kart gespielt, äh, Mario Maker gespielt. Jetzt spielen wir eine Stunde Mario Kart 8 Deluxe im Stream. Ihr könnt dazu kommen, Turnier-Code ist oben im Bild. So. Ab geht's. Ab geht's hier. Der Nick. Äh, nee, nicht der Nick. Der MK. MK. Moin, erstmal. Grüß dich. Mir fällt gerade was auf. Ich spiele lieber nicht. In zwei Minuten geht's los. Ich will dann lieber richtig spielen, als jetzt eine Fun-Runde zu machen, um keine Punkte zu kriegen. Ich gehe in Punkt 18 Uhr hier rein, Leute. Punkt 18 Uhr geht's los. Wisst ihr Bescheid? So. So. Punkt 18 Uhr geht's los, Leute. Bis dahin warten wir. So. Gleich ist es soweit, Leute. So. Punkt 18 Uhr geht's los. So was von, ey. Zwei Minuten, da geht ja noch eine Raucherpause, bis es losgeht. Für mich nicht. Ich bin nicht Raucher, mein Lieber. Malte, erstmal willkommen hier im Stream. Du musst Hausaufgaben machen. Oh, Bruder. Danach 19 Uhr kannst du Hausaufgaben machen. So. 18 Uhr. Los geht's. Ab geht's. Los geht's. Ohne Motz. Äh, wie ohne Motz. Achso. Boah, passt schon. Geht was? Alle VIP werden, genau. So, Janas. Okay, Leute. Ab geht's hier. Im Stream. Oh, viele Leute sind schon da. Yeah. Volle Lobby, komm in die Lobby. Was hast du zu verlieren? Oder Leute, kommt in die Lobby. Was habt ihr zu verlieren? Yeah. Oh. Wie geht's heute gut, ne? Ich hab Ferien, Leute. Ferien sind richtig geil. Mir geht's gut. Alles optimal hier, Leute. Ich glaub das gar nicht. Richtig gut. Noch vier Abos, Leute. Dann haben wir 10.400. Schaffen wir noch vier Abos, Leute? Schreibt jetzt schnell alle eure Freunde an. Ey, bitte abonniert Pius. Und dann haben wir die 10.400 Leute. Die machen wir noch voll, Leute. Die machen wir noch voll, Leute. Noch vier Abos, Leute. Dann haben wir die. Gönnt euch. Ab geht's. Ich bin der mit dem schwarzen langen Haaren. Alles klar? Okay. Bin drin. Optimal. Ich werde gewinnen. Nein, Mirko. Ich werde der Allerbeste sein. Allerbeste sein, wie keiner. Vor mir war. Ist ja ganz klar. Darf ich abonnieren? Nebel. Ich glaube, du darfst es. Ich mache da mal eine Ausnahme. Ich mache da mal eine Ausnahme. Ich glaube, du bist der Ehrenvolle. Toad, der das heute darf. Auf jeden Fall. Moin an dich. Erstmal. Grüß dich. Willkommen. Uff. Kann leider nicht mitspielen. Internet zu schlecht. Das ist natürlich belastend. Der Wechsel hier zu 1 in 1. Marce Davis kommt dann persönlich vorbei. Und macht ihnen ein schönes Internet. Oh ja. Doppel-Einten-Kastler nicht bekommen. Schade. Schade Marmelade, ne? So was sagt man ja, ne? Ei, ei, ei. Henry! Danke fürs Abonion! Du Ehrentod! So unten. Ah, belastend. So nicht anders. Henry, da Ehrentod! Glocke aktiv. So nicht anders, Leute. Gut, gut. Habt gemacht. Gesappt. Achso, gemacht. Gesappt. Dankeschön. Und Glocke aktiv ist immer eine gute Sache. Weil die YouTube-Abo-Box, die funktioniert ja nicht immer ganz. Und da ist die Glocke eine sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ist ja ganz klar. Kriegst auch ein Like. Yeah! Ja, volle Ausstattung heute hier. So muss das. Tschüss, Donkey Kong! Stirb. Schade. Oh, belastend. Eine Belastung. Paul ist vor mir. Paul, geh nach Hause. Aber er spielt mit Toadie. Er spielt mit Toadie. Das finde ich sehr schön, Leute. Spielt auch alle mit Toadie. Macht mir eine Freude. In Toadie spielen ist eine schöne Sache. Das macht mich glücklich. Serververbindung ist aus Brasilien. Einfach zu schlecht. Warst du bis in Brasilien? Okay. Was machst du denn da? Wohnst du da? Oh! Gerade zum Ziel. Ei, 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 ei. Warum gibt es eigentlich nur Yoshi und Shiger in verschiedenen Farben? Ich will verschiedene Toad-Farben. Ja! Alina! Das sehe ich genauso wie du. Warum gibt es keine Farbing-Toads? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will mit Toadette. Auch gut. Auch gut. F-Deck-Like hast verdient. 100 Likes. Haben wir schon voll, Leute. Haben wir schon voll. Richtig gut. Ah, halt, stopp. Tori inator. Moin, willkommen im Stream. Ja, grüß dich. Leute, wir haben die 10.400. Oh, du bist der 10.400. Abonnent, Junge. Dankeschön, Leute. Heute haben wir fett hier Tag gehabt, ey. Glaubt ihr gar nicht? Ei, 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 ei. 10.400 Leute. Wunderbar. Teilt ins Film gerne mit euren Freunden auf Twitter, WhatsApp, sonst wo. Und dann seid ihr ehrenvolle Toads. Leute, ist ja ganz klar. Weil Yoshi am geilsten ist. Aber Toad ist auch geil. Toad ist auch super. Toad ist auch super. Dann musst du länger Mitglied sein. Was ist denn? Ich will den blauen Toad oder den grünen. Ja, genau. Gemma Toad hat gesagt, je länger man VIP ist, desto ein schönerer Pilzkopf hat man. Ja. Also ab den ersten, also wenn man zwei Monate VIP ist, bekommst du den grünen Toad. Und wenn du drei Monate VIP bist, bekommst du den blauen. So läuft das auf YouTube. Und wenn du sechs Monate bist, dann kriegst du einen gelben Toad. Und ich glaube für ein Jahr gibt es den roten und für zwei Jahre, da bist du wirklich der King of Pranks. Für zwei Jahre gibt es einen bunten Pilz. Richtig krass, ne? Die jammern. Ich habe das richtig Gönnung angesagt. Hier ist ein Gruppentreffen, okay. Schön zu wissen. Ha! Ich habe den gelben, genau. Der Keks-Oves hat den gelben Pilz. Richtig gut. Nein, danke dafür. Gönnung ist angesagt. Oh, je, je, je. Eie, je, je, je. Oh, da kommt ein roter. Aber nicht für mich. Optimal. Ich bin vierter, gar nicht mal so schlecht. Komm, er ist das drin. Er ist das drin. Oh, je, 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 je. Oh, hör auf. Geh mal nach Hause. Oh, ich bin da. Julia ist vor mir, okay. Julia, was machst du da? Geh mal schön nach hinten. Was will die, Alter? Meine Klasse ist voll gemein zu mir. Alter, die Jungs, die ärgern mich, weil ich Nintendo mag. Das ist ehrenlos. Das ist richtig ehrenlos. Also, warum soll man, warum ärgert man Menschen? Nur weil sie eine bestimmte Art von Spielen mögen. Also, sowas geht mir echt in den Kopf rein. Also, meine Klasse ist da anders. Wir haben locker, ich glaube, sechs Switch-Konsolen inzwischen da. Also, sechs Klassenmitglieder haben bei mir eine Switch. Also, da kann man schon fast von einer, von einer Nintendo-Klasse sprechen. Das ist ja schon hier. Holy Sheet. Übertrieb, burn. Komm, schieß ab. Komm. Möko, machst du gut. Überholen. Oh, dritter Ströhn. Ich bin der Beste. Weil die meine Nintendo ist für Kiddies. Ja, das ist eine Meinung. Das ist für mich keine Meinung. Das ist keine Meinung. Ja, das ist schon ziemlich lächerlich. Ziemlich lächerlich. So, Leute. Ich trinke jetzt mal ein bisschen Apfelschorle hier. Ist ja ganz klar. So, nochmal auf mal das Ding hier. Ah. Danke, Joy-Kons. Was ist passiert? Gamer Toad. Was ist los? Hauptsache, ob Pius. Julia, das merke ich mir. Betrug, das zeigt an. Ja, ich wollte betrogen. Ja. So ist das nun mal in Madokarten. Ich bin auf einmal schlechter als Pius. Ja, ich bin immer besser als du, Paul. Ich bin einfach der Beste. So. Apfelschorle, Gönnung. Ich habe sieben Discord-Nachrichten. Nacht die Scheiße. Was ist denn da passiert? Eieieiei. Ja gut, das meiste die Notification von anderen Servern. Bei dir rennt. Gamer Toad. Das sehe ich auch so auf Discord. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, Leute. Und habt Spaß mit mir und meinen Abonnenten. Wenn ja, wie viel? Warte mal. Apfelschorle, keine Totschorle. Schäm dich. Ja, die kommt noch, ne? Stimmt es, dass man sich kaufen muss, dass man Spenden bekommen kann? Was? Was meinst du damit? Ähm, also Spende ist ein bezahlbarer Betrag. Ja. Also, wenn du angezeigt werden willst, also im Stream halt, ne? Dann musst du spenden, ja. Sonst halt nur im Chat, ne? Aber ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Kann man vielleicht noch mitspielen? Bin gleich, fähig mit den Ausaufgaben. Ja, kannst du. Hier ist ein öffentliches Turnier, Leute. Turnier-Code ist oben rechts im Bild. Jeder kann mitmachen. Ihr müsst nicht auf meiner Freundesniste sein. Wisst ihr Bescheid? Einfach zu den Turnieren gehen. Immer auch nach Deluxe. Und dann könnt ihr reinjoinen und gegen mich verlieren. Ist ja ganz klar. Weil ich bin der Allerbeste, wie keiner vor mir war. Kennt man ja, ne? Welche Strecke ist das? Das ist Yoshi's... Wer heißen die? Yoshi's Piste? Nee. Yoshi's Island? Nee. Irgendwas mit Yoshi auf jeden Fall. Irgendwas mit Yoshi. Weiß es jemand? Ja. Schreibt es in den Chat. Wie heißt diese Strecke? So, DK, tschüss. Weg mit dir. Auslandsjahr. Okay. Ach, machst du das mit, äh, mit Brasilien? Okay. Coole Sache. Coole Sache. Zweiter. Und da ist... Adrian X2. Tschüss. Jetzt bin ich der Beste. So. Yoshi's Tala. Ja. Ja, ja. Das ist Yoshi's Tala, Leute. Man kennt's. Meine Freunde sagen, dass man als YouTuber sich kaufen muss, dass andere spenden können im Stream. Wo soll ich mich denn kaufen? Ich soll mich irgendwo kaufen, okay? Äh, nee. Also, ich muss gar nichts. Ich muss ein YouTube Partner sein, aber... Sonst nix. Warum sollte ich mich irgendwo kaufen? Ha. Keine Ahnung. Ah, ja, ja. Oh. Na. Ich hatte eine Banane. Kommt noch eine. Und noch eine. Bitte nicht. Halt, stopp. Giulia, geh weg. Nein. Oh. Das ist belastend. Also, ich muss mich nicht kaufen. Ih nicht. Ah, ja, ja, ja. Wie fandest du meinen Level, falls du ihn gespielt hast? Ich war kurz weg. Ich habe dein Level gespielt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, welches das war. Also, ich habe mir nicht gemerkt, zu welchem Level welcher Name gehört, weißt du? Aber ich habe es gespielt. Kannst du dir nachher angucken. Nach dem Stream, wenn der nachträglich in eurer Abo-Box veröffentlicht wird. Normalerweise veröffentliche ich die Streams, wenn die fertig sind, nach ein paar Stunden oder morgen in eurer Abo-Box zum Nachgucken, zum Runterladen für Best-Offs und sonst was, ne? Wisst ihr Bescheid? Also, ihr könnt den Stream nachgucken, sofern er in eurer Abo-Box ein paar Stunden später nochmal angezeigt wird. Ja. Hallo Ibrahim, moin. Was anderes spenden können? Nö, nö, nö. Nein, man muss sich angeblich als YouTuber eine Funktion zum Spenden kaufen. Nö, 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 das ist kostenlos. Ich muss für YouTube keinen Cent ausgeben. Jeder kann kostenlos 100.000 Abonnenten als Beispiel erreichen. Oder noch mehr. Alles umsonst. Als YouTuber musst du nichts bezahlen. Das, da bist du im Irrtum. Da wurden dir Fake News erzählt, mein Lieber. Das stimmt so nicht. Das sind alles Fake News. Loll, Lügner, Freunde. Ja, aber sowas vor und verarschen dich. Alle verarschen dich. Anzeige ist raus. Wie ein Betrug. Eieieiei. So, abkürzend nehmen wir mal ganz entspannt. Wie man es kennt. Ah, belastend. Freundescode gibt es jetzt hier per Chatbefehl nicht, mein Lieber. Big Sword Crafter 1. Moin erstmal. Mein Freundescode brauchst du auch gar nicht, um mitzuspielen. Du brauchst einfach nur den Turniercode. Und der ist oben rechts im Stream eingeblendet. Einfach nachschauen und gegen mich verlieren. Ist ja ganz klar. Eieiei. Du hast viele Streams nicht öffentlich gelassen. Deswegen kam kein Facebook, Best of Worst. Es kam ein Facebook und nicht so viel Best of Worst, mein Lieber. Und Facebook war jetzt nicht so viel los. Aber das bleibt hier wieder online der Stream. Ist ja ganz klar. Und falls du unbedingt mal ein Stream haben, wird es nachträglich, ne? Also e-paymen. Und falls du nicht online sein solltest, schreib mich einfach an, ne? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Normalerweise veröffentlicht die Dinger. Wenn sie mir selber ganz gut gefallen haben, dann kommen sie online. Ist ja ganz klar. Turnfisch! Moin! Willkommen im Stream hier. Guten Abend, mein Lieber Toadie. Grüß dich. Willkommen! So, Leute. Hi! Easy! Wir haben einen neuen Abonnenten! Dankeschön! Abonnenten sind immer gut. Turnfisch hat mich abonniert. Dankeschön! Willkommen, mein Lieber Toadie, hier im Stream. Grüß dich. Danke fürs Abonnieren. Willkommen bei Hashtag Team Toad. So, Mirko ist von mir. Mirko. Wirf deine Panzer weg, Junge. Komm! Geh weg! Mach die weg! Komm! Ja! Schade! Oh, als ob der einen Kugel-Willi hat. Dein Ernst? Da kommt noch einer. Da kommen die neuen Benzer. Ja, noch einer. Was ist da los? Ich will auch einen. Hallo! Wo ist mein Kugel-Willi? Gib mir den Kugel-Willi. Ah, Dankeschön. Danke für nichts. Oh, Pils. Komm, Schücher einholen. Schücher, komm. Komm, komm, komm. Nein! Oh, belastend. Belastend. Ich komme auch ins Turnier. Nice. Komm ran, mein Lieber. Was ist dein Freundes-Code? Den brauchst du nicht. Du brauchst einfach nur meinen Turnier-Account. Und der ist oben rechts im Bild. Um mitzumachen. Weil ich kann leider nicht jeden adden. Weil meine Freundesliste ist immer voll. Bei 10.000 Abonnenten ist die Nummer schnell voll. Das Limit an Freunden ist nämlich 300. Und das ist relativ wenig. Deswegen kann ich leider, leider nicht jeden adden. Das ist einfach so. Aber VIPs werden natürlich geaddet. Also, Lukas, ne? Hab ich dich auf meiner Freundesliste? Wenn nein, schickt mir mal eine Discord-Nachricht aus dem Stream. Dann können wir uns gerne adden. Als VIP natürlich ehrlich euch, ist er ganz klar. Aber für jeden reicht es leider nicht. Weil meine Freundesliste ist leider ziemlich begrenzt. Leider. So. MKT-Zombie. Willkommen hier im Stream. Und ready ist auch am Start. Moin, ready. Grüß dich. Ready. Moin. Pikachu-LP. Auch hallo an dich. Willkommen. Bei 10.000 Abonnenten ist sie halt schnell voll. Ja, eben, eben. Das geht ja ganz, ganz schnell. Das ahnst du gar nicht. Mein Ziel ist es mehr Punkte dazu zu haben. Na, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Ich werde der Allerbeste sein. Ist ja ganz klar. So. Sonnenflughafen, Leute. Ne, wir sind keine Freude auf das Switch. Okay. Das können wir da gerne ändern, mein Lieber. Nach dem Stream. Ist ja ganz klar. Schreib mir bitte einfach eine Discord-Nachricht, dann weißt du Bescheid, ne? Schreib mir einfach eine PN und dann ändern wir das. So. Zur Info. Ich heiße auf das Switch GSC Marlon, falls wir uns im Tenier sehen. Alles klar. Gut zu wissen. Am besten habt ihr immer ähnliche Namen auf YouTube und auf der Switch, dann ist es besser, es ist leichter zu identifizieren, wer ist. Identische Namen sind da sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Yo, ist wieder da. Moin, zurück, Alex. Willkommen zurück. Oh, na super. Na super. Was soll das denn? Belastend. Okay. Yo. Hauen sie rein nachher. Und dann passt das. Danke auf jeden Fall, ne? Du weißt Bescheid. Ach, das ist nicht so gut, Leute. Da geht mehr. Hui. Okay, Abkürzung. Das ist eine Bombe, Alter. Aufpassen. Holy. Komm, jetzt bin ich fertig. Lul. Ja, optimal, Paul. Kommen sie ran. Und verlieren sie gegen mich. Im Turnier. Turniercode oben rechts im Bild. Wie vielte Runde? Boah, das weiß ich nicht. Das können wir gleich sehen, Leute. Das weiß ich gerade nicht aus, wenn nicht. Das ist eine Bombe. Oh, aufpassen. Das sehen wir, glaube ich, im nächsten Rennen. Dann wird es ja am Anfang gleich eingeblendet. Ich habe zwölf Runden eingestellt. Mal gucken. Ich denke mal, so in der sechsten sind wir. Oder siebte, achte. Mal gucken. Keine Ahnung, ey. Werden wir gleich sehen. Ich denke mal, wir sind so siebtes Rennen, oder? Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen siebtes Rennen. So ganz spontan geraten. Yeah. Sorpius wurde gerade donaten, aber ich habe kein Geld. Belastend. Alles gut, Henry. Donaten und VIP werden ist natürlich ganz freiwillig. Ist keine Pflicht, um mit mir zu spielen oder sonst war. Oh, ich lebe. Ach, schiss. Oh, das war belastend gerade. Das war belastend. Okay. Wir sind dritter. Damit bin ich zufrieden. Damit bin ich zufrieden. Hi. Ich habe gerade gegessen. Ja, denn was hast du schönes gegessen? Mein lieber, willkommen hier zurück. 43 Punkte habe ich. Lukas hat 72. Bitte was? Lukas, was ist los bei dir? Das war belastend. Joa, dezent, ne? Dezent, hauptseufer. Biu. Oh. Jetzt ist mir so peinlich. Ach, Paul. Jeder weiß, dass du schlecht bist. Siehst du eigentlich ein? Schieb, schieb. Ich bin der Beste. Gapa. Nein, bin ich. Ich bin der Beste. Wieso immer 12 Whip? Keine Ahnung. Lern spielen? Mein Toad schaut deine Videos im Bett. Oh, hast du so ein Toad-Brief-Tier oder was? Wenn ja, schickt mir gerne mal ein Bild davon auf Discord, Instagram oder Twitter. Ich schaue mir immer gerne Toad-Bilder an. Immer süße Toad-Bilder, Leute. Markiert mich gerne mit euren Toads auf Twitter, auf Instagram oder auf Discord. Markiert mich gerne mit euren Toad-Brief-Tier. Das ist immer sehr schön. Like ich alles durch. Ist ja ganz klar. Like ich mal durch eure Toad-Bilder. Gezeichnete Toads, Toad-Brief-Tier, alles gern gesehen. Like ich, retweete ich, mache ich sonst was mit. Soll ich dich abonnieren? Kannst du gerne machen, wenn du willst. Moin, erstmal. Willkommen hier im Toad-Stream. Grüß dich. Und abonnieren kannst du gerne machen. Brodi, bin back-Internet abgeschmiert. Und wann spielt so... Oh mein, äh, wann spielt so Pius-Maker? What? Mau-Maker habe ich erst gespielt, bis eben. Also um 18 Uhr haben wir angefangen mit Mario Kart. Und das spielen wir jetzt bis 19 Uhr, Leute. Wisst ihr Bescheid? Mau-Maker ist gerade zu Ende. Das kam heute schon dran. So. Ja, meine auch. Toad-Deb. Je. Toad-Debs sind gut. Hab auch einen Toad-Brief-Tier. Je. Geile Sache, Alina. Das finde ich schön. Was für einen Toadie? Einen blauen, einen roten, einen gelben. Schickt mir gern ein Bild, Leute. Wisst ihr Bescheid? Auf die Schwitter. Oh, geil. Den Thunfisch getroffen. Optimal. So und nicht anders. Okay. Yeah. Abonnieren ist immer gut. Und die Glocke abonniere... Äh, die Glocke abonnieren. Die Glocke aktivieren. Und den Stream liken, Leute. Das sind optimale Sachen. Am besten auch noch teilen irgendwo. Aber, ja. Das sind alles nur ehrenvolle Toad-Aktionen. Ist ja ganz klar. Oh, sorry dann. Was los? Was los? Ich hab ein Toad-Brief-Tier und ein aus Papier. Okay. Papier-Toadie. Paper Toad. Paper Toad sind immer gut. Wie gesagt, schickt mir gern mal ein Bild irgendwo. Weißt du Bescheid? Links in meinem Twitter, Instagram in der Beschreibung, Leute. So, vierter. Geiler Scheiß. Hab zwei Toad-Stoff-Tiere. Nice. Ich hab sehr, sehr viele Toad-Stoff-Tiere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Toads, Leute. Also, ich bin ein wahrer Toad-Fan. Ist ja ganz klar. Was war das denn gerade? Ich hab mich grad voll erschrocken, ey. Ach du Scheiße. Draußen ist ein Sturm oder so. Ach du Scheiße. Ich hab mich grad erschrocken, ey. Eieiei. Oh. So. Oh, Zehnter natürlich. Leute, ich bin ganz kurz mit was zu trinken. Vielleicht wieder zurück, Leute. Ist ja ganz klar. Welchen? Oh. Ich bin ganz klar. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eskalation hier, ihr habt es gar nicht. Hier ist ein blöder Sturm heute, wahrscheinlich bei euch auch, ne? Ein blöder Sturm. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Mal gucken, welche Runde ist das jetzt hier gerade mal auch? Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Das ist ein bisschen belastend. Keine Ahnung, welche Runde es jetzt gerade ist. Arthur Baum, danke fürs Abonnieren. So, Leute. Keine Ahnung. Habt ihr eben ein Bild von Admiral Pius Büffi geschickt? Alles klar, schreibt mir später an, Leute. Ist ja ganz klar. So. Dann sage ich einmal meinen Eltern, ne? Bis 19 lässt es mich in Ruhe. Ich will auch das jetzt in der Stream. Und dann ist ja einfach ein Sturm. Und ich muss am besten gleich da runter, ey. Weil da halt das halbe Gartenhaus wegfliegt. Das ist ein bisschen belastend. Ei, 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 ei. Das ist blöd. Ein bisschen blöd. Nee, bei mir war heute Morgen ein Sturm. Ja, okay. Bei mir jetzt. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Saß. Nicht auch so? Ei, 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 ei. Komm, gib mir ein Item. Gut. Ach, da ist nicht gut. Das geht besser. Das war schon wieder letzte Runde hier. Ach, die Scheiße. Los. Okay, komm, komm, komm. Nein. 5, nein. Belastend. Hier im Saarland ist auch Sturm. Ja, und das ist bei mir gar nicht schön. Ich muss mal gucken, was da los ist. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Welcher Runde ist das jetzt hier? Keine Ahnung, ey. So. Optimal. Bei mir ist nur mega dunkel und vorn hat es gewittert. Gewittert? Hey, Pius, hau rein. Ich esse was von Meggis. Von mega PS. Es ist ein Big Mac. Hau rein und schau. Tschüss, Nebel. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Schau. Bei mir ist auch Sturm. Ja, bei mir auch. Bei mir Hage des. Vorn hat es getwittert. Ja. So, ich muss meine Oma mal jemanden rufen. Ja, ich ruf ihn gleich mal an. Stress, Alter. Draußen Eskalation. Ich swim hier auch noch, ey. Ach, das Rennachter Scheiße. Ei, ei, ei. Ludi. So, optimal. Kann ich auch kommen. Ja. Turniercode. Link ist in der... Äh, Link. Turniercode ist oben rechts im Stream. Eingedendet. Bist du Bescheid? Kommt ran. Ah. Ach, das Rennen ist es also. Also noch vier Rennen, Leute. Vorhin hat sie es wieder. Ja, war so was von. Bei mir kein Sturm weit und breit. Ja, glücklich, ja. Bei mir ist es nicht so optimal alles. Ein bisschen blöd. Tschüss. Ich denke, wenn ich mit dem Rennen durch bin, auch meine Oma ruft mich an, ey. Ach, Gott. Warte mal, Leute. Ich muss ja eben mal ran, ey. Ich spiele ja mal, Gott. Draußen brennt der Garten halb ab, so ungefähr. Durch den Sturm. Ach, Gott, ey. Warte mal, ey, mir. Ruf mal in meine Oma an, die ruft mich gerade an hier. Das hat sich schon wieder aufgelegt, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Läuft optimal. So wie er uns kennt. Ey, 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 ey. Radio hat gesagt, Sturm in ganz Bayern, ja nicht nur Bayern, Hamburg auch. Ich würde mal fast sagen, ganz halb Deutschland, ne. Würde ich mal so behaupten. Halb Deutschland. So, äh, elf da nicht gut. Okay, Geist. Drei Pütze. Ah, wir sind zwei Amster, Leute. Wir haben ins Gläuch. Optimal, so jetzt ruf ich meine Oma an. So, Oma, was ist los? Ich ruf sie mal eben an, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich ruf sie mal eben an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott Oh Jesus Oh Gott Oh Das war Ei 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 Also wenn draußen so ein Gartenhaus halb zusammenbringt eine Der Sturm draußen ist glaubste gar nicht meine Polis ist mal wie im Zimmer weil die hat sich halt in die Hose geschissen Ah Ui 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 mal gucken was jetzt gut geht um 10.000 nach vier Abos Leute läuft Hallo Mirko die von der wendung hier achte Schiff habt ihr euch amüsiert wenn ich weg war Alter, das hatte ich auch noch nicht Pius trinkt wohl Kaffee oder Tee, ne ich trinkt gar nichts Pius ist gerade in die Kleine gegangen, ja mit eurem Geld Halleluja Fabi, hi, moin Oh, ich lebe wieder Eieiei Gibt es am Schein zwei Lobbys hier Einer aus Vereinigten Staaten ist dabei, grüß dich Uiui, seid ihr mir alle treu geblieben in der Zeit, wo ich weg war? Oh, grüß und teils, ne Yeah Habt ihr mich vermisst? Ich hoffe es, ich hoffe es doch Gamma-Touch stinkt, das ist auch so Jetzt gibt es ein Dislike, ne bitte nicht 2000 Jahre später, ja man kennt's, ne Weiß gar nicht, wo meine Mutter jetzt hier ist Weil eben da, ich komme hier wieder hoch, auf einmal ist sie weg Keine Ahnung Merkwürdig Mal gucken, ob das alles passt oder ob wieder irgendwas ist Draußen höre ich nur noch die Feuerwehr fahren, Alter Da sind wahrscheinlich wieder Irgendwie sind da wahrscheinlich wieder irgendwelche Bäume oder so umgekippt Keine Ahnung Feuerwehrfetter Überall die ganze Zeit, von allen Ecken kommt das, ey ob poli was willst du jetzt hab das gehört dass ja ein poli was los vor diesem stress projekte probleme aktualisieren mal den chat da passiert schätzt die was los was ist passiert poli der geht nicht mehr was soll das denn jetzt hier was soll das denn jetzt haha nee da geht wieder nicht keine ahnung was mit dem chat los ist er mich verlassen ich kann nicht runter mal das ist so ein browser tool ich steuere den nicht was ist der verpackt jetzt in der was ne weg er geht nicht mehr achte scheiße wieviel likes hat das team eigentlich 117 ja moin geiler scheiß schädt kaputt ja irgendwie ich denke ich nicht mehr weiß ich was ist da los ob poli was dort so rum was los hat ich gerade mein zimmer genommen weil du das auf dem flur eingeschissen hast was ist jetzt los müssen die haut auch wiederum hier du scheiß dich an kick nee du jaulst du keck nee 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 die ist am jaulen hier die alte was sind da los ey hat so ein hater echt hat sich mal gedisliked ja der hat schon angefangen zu disliken da war das noch nicht mal angefangen weil die da war das schon 15 disliken ich netten schon doch ich hole jetzt mal her poli sitzt auf meinem schoß hallo poli sag mal was die stützt sich gerade an meinem tisch ab und ich sag mal was sag mal was die sagt nix poli wie geht es dir so ich muss fahren geh mal runter ich muss fahren poli was los fahren macht spaß der muss ja viele hobbys haben ja dezent dezent eventuell erschafft die rennen sogar noch mal gucken aber ich fahre eh nur so ein bisschen mit am ende zählt ja wer von euch in den top 10 das nicht ich ich fahre nur so um ich fahre halt mit weil ich mitfahren muss das war das für mich keinen sinn poli nehme ich sie mein zimmer und dann fängt der ganze jaul hier poli lass gleich wieder raus die muss los aber sowas von süße jaulerei im hintergrund sehr sehr süß die poli jault ah das wird gut poli aber das heißt ja auch noch nie dass ich im stream los muss wegen unwetter also das ist heute auch mal wieder premiere heute kann man verdammt viele donations und abos und sonst das und das war heute irgendwie ein sehr sehr krasser stream leute weil sie noch kein like da gelassen habt macht das unbedingt gönnung ich hätte du schon ja 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 so steht relativ leer alle am fahren alle beschäftigt mit gründung so dritte runde dritte ist eigentlich das ok damit wäre ich ganz zufrieden eigentlich könnte ich mir mit anfreunden ja komm den marco der creme noch marco gehen nach hause okay die geht an ersten geil an den link Link. Nein. Marco, du Oberzicke. Ich hab einen Stern. What? Gönnung. Oh, ich hab ihn getroffen. Geiler Scheiß. Schuss. Geht nach Hause. Bam. Zweiter. Wann kommt der nächste Super Mario Maker Stream? Das kann ich doch nicht sagen, Alex. Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir dem nächsten. Leider geht der Chat aus irgendeinem Grund im Stream nicht mehr. Der hat uns verlassen. Keine Ahnung. Die Backzeit ist schon öfters, aber irgendwie geht der jetzt überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Aber er geht einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber die ist da los. Ne. Ihr seht, der ladet neu und dann ist er trotzdem verpackt. Ich weiß es nicht. Schade. Keine Ahnung. Ist Betty noch der, der mit dem du ein Wonder Woman gemacht hast? Hab dich wait schon gehört. Ja, das war der. Polly? Auch Polly hat sich auf den Teppich gelegt und pennt jetzt. Wie süß. Fabi Plus ist am Start. Und Alina. So es geht. Aber sowas von. Muss eh gehen. Bye. Tschüss Alex. War schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bye. Soll ich den Chat ausmachen? Der geht ja eh nicht mehr. Soll ich ihn ausmachen oder anlassen? Schreibt es im Chat. Ich seh ja noch den Chat. Nur halt im Stream ist er nicht mehr zu sehen. Weil er verpackt ist. Keine Ahnung. Ich kümmere mich jetzt auch nicht mehr drum in den letzten zwölf Minuten. So ungefähr. Da haben wir jetzt auch nichts mehr. Ich finde keine Leute mehr. Ja, das ist belastend. Aber anscheinend gibt es ja zwei Lobbys oder so. Weil ich bin ja jetzt in einer anderen Lobby. Bin ja disconnected. Ja, ein bisschen belastend. Aber auch nur ein Bisse. Nur ein Bisse. Erster. Yeah. So, nicht anders, Leute. Erster ist optimal. Ah, die Map, die mag ich. Schöne Musik. Alles optimal. Richtig gut. So, Niondus. Stirb. Gut. Baby Mario, ist das ein CPU? Oder ist das ein Wheeler? Man, ich glaube, das ist ein CPU. Alina, moin. Z-Red Shull. Okay. Guck mal, ich mach mal den hier. Geil. Aber jetzt kann ich den auf mich werfen. Das ist gar nicht geil. Werd mal schön vorne. Und schließen ab. Power Phoenix. Dankeschön fürs Abonnieren, du Toadie. Willkommen hier bei Team Toad. Dankeschön. Selbst am 10. Mal finde ich keinen. Oh, das ist natürlich belastend. Das ist blöd. Ehrenbruder Gilbert. Moin. Willkommen hier im Stream. Grüß dich. Guten Abend. Ist bei dir auch unwetter wie bei mir. In Hamburg ist gerade Bombenstimmung. Aber sowas von. Da brennt es gerade richtig. Oh, geil. Leute, ich bin der beste Mau-Cup-Spieler. Keiner von mir. Ja, sowas von. Ich bin sowas von der Beste. Man sieht's. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Falsch gedriftet. Und dann ist auch schon wieder Schicht im Schacht. Ach komm, zweiter ist drin. Zweiter ist drin. Aber nicht mit drei Bananen. Aber. Nein. Statt zweiter ist jetzt nur noch der fünfte drin. Belastend. Hatte auch vorhin immer nur zwei, drei Leute. Ja, ich keine Ahnung. Wie Mario Kart teilt die Leute immer so in verschiedene Lobbys auf. Ich weiß nicht warum, aber ist ein bisschen belastend. Ich mach jetzt, glaube ich, den Chat mal aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend. So. Wir sind jetzt chatlos. Chat los durch die Nacht. Bei uns hier auch im Norden. Ja, im Norden ist ja Hamburg. Ist ja Hamburg. Norden ist Hamburg. Und Schleswig-Holstein und sonst was. Julia schickt mir 20 Audios. Alles klar. Nehme ich mal so hin. Man kennt's. Gönner wird groß geschrieben. Hab alle und fertig. Läuft bei dir. Ich bin in der letzten. Ich bin in der letzten. Aha. Trottel. Schön. Bius. Auf den fünften katapuliert. Katapuliert, Alter. Ja, das war ein bisschen belastend. Sag ich mal, ne? Ein bisschen Blut. Aber jetzt im letzten Rennen. Gehe ich nochmal alles, Leute. Ich gebe jetzt hier nochmal die richtige Todpower, Alter. Du hast es gar nicht. Rose, Gold, Peach. Was willst du denn? Geh mal nach Hause. Tschüss. Oberzieke. So, erster ist drin. Gönnung. Oh, als ob. Als ob. Me too. Ja, läuft bei dir. Bin aktuell zweiter Nennissi. Ja, das kann sich noch alles ändern, Leute. Es kann sich noch alles ändern. Um 20.02 Uhr gucke ich nach, wie das Ergebnis aussieht. Man muss nämlich das Spiel dafür extra neu starten. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Naja, ich bin erster. Ah, das passt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich habe. Aber es ist sehr schön, dass ich alle zwölf Rennen fahren konnte. Das finde ich sehr, sehr schön. Lol, bin dritter Platz im Turnier. Läuft bei dir, Lukas. Du warst ja eh krass, ne? Du warst ja eh krass. Aber spoilert war nicht so doll, Leute. Nicht spoilern. Ich will das gleich selber sehen. Ihr Spoiler-Typen, ey. Ihr Oberzicken. Oh nein, Stachy. Aber egal, juckt nicht. Ich bin safe erster. Passt. Obwohl, der Scheinler kommt noch relativ nah. Aber ich denke, er kann auch nichts mehr tun. Wenn. Leute. Sorry, alles gut. Pickup-Trade-B. Alles, jupi. Ich bin der Platz auf das Eilina-Root. Eilina. Du bist die Eilina. Ich verstehe. So, Leute. Ich bin jetzt auch durch mit allen Rennen. Würde ich sagen, gucken wir einfach schon mal auf die Rangliste, wie es aktuell aussieht. Je. So. 27 Leute haben mitgemacht. Ja, optimal. Lukas ist auf 1 mit 171 Punkten. Dies ist ein Österreicher. Der Österreicher, die Deutschen zerstört. Auf Platz 2 ist aktuell Marco. Auf 3 BRWL Lukas. Der neue VIP. Was? Ich bin auf dem 4. Neulich bin einfach der Beste. Ich habe schon immer gesagt. Ich habe schon immer gesagt. Vierter Platz. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Richtig gut. Richtig gut. Lol. Ah, da ist der Pascal schockiert. Wo ist der Pascal? Äh, der Pascal, der Paul. Alina ist auf 6. Sven auf 5. Mirko 7. Adrian 8. 9 ist der Paul. Tja. Ist einfach schlecht, ne? Julia ist auch ganz weit am Ende mit 12. Auf dem 12. Mero 13. 14. Paul of... Ah, das bist du. 16 ist der Bowser, 17 ist der Hetsi, 18 ist Fabi Plus, 19 ist Redi und 20 ist Damien aus Frankreich. Internet war eh 0. Ich meine, ich bin nicht da. Ja, anscheinend nicht. Hier werden noch nur 20 angezeigt und es haben ja 27 mitgemacht. Also sieben Leute werden hier gar nicht angezeigt. Ich merke jetzt gerade, ich habe Hunger. Ich kriege langsam Hunger, Leute. Ich kriege langsam Hunger hier, ey. Ich bin vor Julia. Julia war schlecht, ne? Spielt noch irgendjemand? Also schreibt mal in Chat, ob irgendwer noch spielt, weil wenn keiner mehr spielt, muss ich auch nicht mehr warten. Also gibt es noch jemanden hier im Chat, der spielt oder nicht? Da sind wir komplett durch. Weil da muss ich ja nicht warten, wenn eh keiner spielt. Schreib es da bitte rein. Bin verbused. Ja, Mann. Spielt noch irgendjemand? Ich habe nur drei Augen gezaugt. Wer läuft bei dir? Ja, du spielst noch? Okay. Da ein Internetzweck. Uh, belastend. Doch, ich bin zu spät. Trotzdem high. Hallo, Galaxy 2.0. Ja, du bist heute ein bisschen spät gekommen, mein Lieber. Wir haben heute nämlich um 16.15 Uhr angefangen. Und ja, da hast du schon einiges verpasst, mein Lieber. Einiges. Da bist du reichlich zu spät. Gibt es noch MoreMaker heute? Nee. Das haben wir heute auch ausführlich gemacht. Ich würde sagen, wir machen langsam mal auf Schluss. Yassin, hi, erst mal. Moin. Du kommst ja leider zum Ende. Sind hier kurz vorm Ende, mein Lieben. Videos reagiert nicht. Ich reagiere nicht so gerne auf Sachen. Also außer auf Directs und so. Auf eigene Best. Hast du ein Video hochgeladen oder was? Paul? What? Ready und die Drogen. Hast du da irgendwas? Hast du da irgendwelche Effekte? Musik oder so drin? Also irgendwas, womit man geclaimed werden kann. Oder nicht. Also wenn das nur so ein YouTube-Kacke ist, dann kann ich es gerne nochmal ansehen. Sehr gute Ready. Aber wenn du da irgendwelche Musik-Effekte oder so reingemacht hast, dann eher weniger. Gibt es MoreMaker? Das weiß ich noch nicht. Ich denke aber schon. Aber andere oder was? Claims sind auch blöd. Ne, wir machen das nicht mal. Ich schaue mir das nochmal privat an. Ich glaube, der Ready reacted ja eh drauf, ne? Ja, der Ready macht es ja eh. Also von daher, schauen wir uns mal Ready an oder bei TV oder sonst wo. Diesmal haben wir nicht extra hier im Stream noch. Gibt es morgen noch im Stream? Ich denke mal schon. Und für Mittwoch ist ein Video geplant. Ich denke Mittwoch kommt das Artikel 13 Parodie-Video, Leute. Ja. Falls ihr noch nicht geliked habt, like den Swim, Leute. Und ja, ich würde sagen, dann ist ja auch gleich Schluss. Wie wieder da war Backfischbrötchen essen. Oh, Backfisch ist geil. Hat es geschmeckt. Moin zurück erstmal. Maxima Claim. Ja, Claim habe ich keinen Bock drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Claims? Ne. Ne. Muss noch zwei Stunden machen. Ach, zwei Runden. Zwei Stunden. Zwei Runden wirst du nicht mehr schaffen, Bruder. Denke mal nicht. Was ist eigentlich mit dem Halt und Sieg? Ah, da war ja was. Das muss ich auch noch machen, ey. Ach du Scheiße. So viel zu tun. Aber ich habe jetzt Ferien, Leute. Ich habe Zeit. Einen Fan hat man Zeit. Zum Glück. Ich zumindest. 30G-Filter. Moin. Das mal. Kannst du mich noch von der Xbox damals hatte da mal ein bisschen geschrieben? Vom Namen her jetzt nicht. Hast du dich unbenannt? Aber ja, ich habe mit ein paar Leuten damals auf der Xbox geschrieben, ja. Auf der Xbox. Aber vom Namen her kenne ich die jetzt nicht auf jeden Fall. Moin. Willkommen hier. Sorry, wenn ich halt trainieren war. Pius. Was trainierst du denn, Yasin? Du musst hier dein Bizeps trainieren, Alter. Angela. Moin. Was trainierst du denn schon, Yasin, ey? Hau mal raus. Pius. So, Leute. Zwei Minuten. Hieß da irgendwie X3T-SCH-X-Boar. Das weiß ich gerade nicht. So einen Abend kann ich mir nicht merken. Normales Training im Fitnessstudio. Der Yasin will ganz sportlich sein, Alter. Er baut sich was auf, ey. Sein Business. Lauch oder Bizeps. Wer kennt es nicht? Ja, eben. 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 Heute gibt es einen Dura. Gondi Alex. Ich schreibe dir gleich privat auf Discord. Mein Freundsgott. Ja, mach das mal bitte. Hauen Sie rein. Aber sowas von. So. Ein müde, Leute. Dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Ist ja ganz klar. Eventuell ändert sich ja noch was. Warum streamst du da nicht mehr? Ich hab langsam Hunger, Leute. Und wir haben jetzt auch schon fast drei Stunden. Das reicht dann irgendwann auch. Ich war ja keine zwölf Stunden streamst oder sowas. Drei Stunden ist ja schon die ganz nette Zeit, oder? Oder, oder, oder? Und Salat. Geht's, Salat ist cool. Was hast du gegen Salat? Salat ist schön. So, Leute. Wir haben jetzt mal gerade neu gestartet. Schauen wir nochmal die Ergebnisse an. Hat sich da noch was geändert? Wenn ja, gucken wir rein. Ist jetzt jedenfalls aus. 29 Teilnehmer. Es kam noch Zeit dazu, okay. Läuft. Läuft. Als ob. Ich bin nicht mehr Viertel, als bin ich Sechster. Ja, moin. Sven. Sven, wo kommst du her, Alter? Das ist natürlich... Selbst Paul hat mich überholt. Wird mich verorschen. Wegen einem Punkt. Also jetzt muss ich definitiv los. Aber sowas von... Von Salat schrumpft der Bizeps. Ja, da kennst du dich ja wohl mit aus, ne? Ei, 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 Leute. Ich bin jetzt nicht mehr Viertel, als bin ich Sechster. Das ist natürlich belastend. Glückwunsch an Lukas, Marco und Sven. Ihr seid die Kings von heute. Und ja, Leute. Mano. Ich hab doch gedacht, dass ich dich überholt habe. Ja, das ist ein bisschen belastend. Starte noch mal neu. Mirko. Was? Okay. Oh, halt noch mal, ey. Gott. Wie, der hat mich noch überholt, ne? Wie, 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 wie? Machst du bei 11k? 24 Stunden. Boah, ich denke nicht. Also 24 Stunden sind wirklich... Das ist schon was Hartes. Weiß ich nicht. Das ist eher weniger. Ach, vielleicht irgendein Abo-Special kann ich mir vorstellen, ja. Mario Kart! Bin zu spät, ja. Das bist du wohl, mein Lieber. Für heute zumindest bist du das. So, nochmal neu startet jetzt hier. Gucken wir mal ran hier. So, nein, nicht hier. Falsch. Hier ist richtig. 30. Wenn ja immer mehr. So, Lukas auf Platz 1. 2, Marco. Sven ist auf dem 3. 4. ist Mirko. Marco Mirko, Alter. Beste Namen. 5. ist Lukas. 6. ist Paul. 7. ist Bius. 8. ist Alina. Oh. 9. ist Lunatri. 9. ist... 2. neunte Plätze. Artkan und Atri. 11. ist Gelmaton. 12. ist Julia. Hetzi ist 13. Mero 14. Paul auf 15. Fabi 16. Marlon 17. Baus 18. Tobi 19. Und Rudi. Ist 20 in der Franzose. Der ist raus aus der Liste. Marlon, wo kommst du denn her? Ach, bist du da aus Brasilien? Ah ja. Oder ist das die Brasilienflacke? Was ist das für eine Flacke, Alter? Hab ich noch nie gesehen. Was ist das für eine Flacke, Leute? Schreibt uns mal in den Chat. Ist denn das? Ist das die Brasilienflacke? Hä? Ist denn das? Wir haben übrigens zwei Punkte gefehlt. Ja, moin. Hier war es ja ganz schön knapp, ne? Zwischen Paul und Mia. Ein Punkt. Das ist Mazedonien. Lul. 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 Gut zu wissen, Leute. Haben wir was gelernt, Leute. Das ist Mazedonien. Das ist Thunfisch auf Mazedonien. Aha. 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 Eieieieiei. Wir haben übrigens zwei Runden gefehlt. Okay, Sven? Läuft bei dir? Ja, das ist er hier. Sehr, sehr schön. Ich gehe mal. Tschüss. Ja, tschüss, Lukas. Ja, Leute. Das war es für den heutigen Stream. Danke an jeden fürs Erweisern und Mitspielen hier in Mario Kart 8 Deluxe. Ich sage nochmal, danke hier an alle Donations eben. So, wo haben wir die denn? So. Danke an Luigi Boy und danke an BRW Lukas, der gute Lukas. Und Gamertone für ihre Donations. Und danke an Lukas und Lukas Tendo Gamer. So viele Lukas heute hier, das ist ja unfassbar. Lukas Tendo Gamer und Lukas. Dankeschön fürs VIP werden. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Blue Stu kommt hier wirklich zum Schluss. Komplett zum Ende. Heil Blue und Tschüss Blue. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt ihr denke ich auch ein Stream. Und am Mittwoch kommt das krasse Artikel 13 Video. In dem Sinne, bis morgen. Liked und streamed, wenn ihr euch gefallen hat. Abonniert mich. Wir haben heute viele Abonnenten gemacht. Und ein paar Donations und zwei Vips. Yeah, Leute. Bis morgen oder so. Danke fürs dabei sein. Tschüss ihr. Trotz. Ich muss jetzt los. Hab Hunger. Und vielleicht weht mit draußen noch die Katze weg oder so. Polly. Okay, die ist noch nicht weggeweht. Die liegt auf dem Teppich. Ja. Tschüss, Leute. Habt ihr geschrieben. Alles klar. Mit der Stream kommt morgen. Das ist diesmal mit deiner Abo-Box. Bis dahin. Kommt gerne auf den Discord-Server, Leute. Link zum Discord-Server ist in der Beschreibung. Tschüss. Tschüss. Der Toad muss jetzt los. Schönen Abend, Leute. Tschüss.